Damit hallo und herzlich willkommen zu Home Sweet Home, nicht Part 2, sondern Part 1. Habe ich noch nicht gespielt und ihr habt euch mal ein bisschen mehr Horror gewünscht auf dem Kanal, nachdem das letzte Projekt so... Naja, aber auf jeden Fall, ich habe damals, ich glaube 2016 oder 2017 war es, die Demo zu dem Spiel gespielt. Es war eigentlich ziemlich gut, das Spiel ist auch ziemlich gut bewertet und ihr habt es auch schon ziemlich oft vorgeschlagen, spiel es doch mal. Aber ich weiß, ich habe damals bei Zeph reingeguckt und ich weiß, da gibt es so dämliche Chase-Szenen. Das heißt, man muss sich da wieder verstecken und vor einer weglaufen und so. Ist ein Teil-Horror-Game, ich versuche mal, dass ich es irgendwie hinkriege, vielleicht schneide ich ein bisschen. Weil ich möchte eigentlich nur die Story von dem Spiel erfahren und natürlich den Horror. Ich weiß nicht, wie der so ungefähr ist. Dummerweise gibt es das Spiel nur auf Englisch oder halt Taiwanesisch, wenn man das kann. Ich kann es nicht, vielleicht kannst du es ja. Wir werden damit klarkommen. Noch fünf Minuten, Mama. Okay, und ich weiß nicht genau, worum es geht. Nur, dass die letzte Nacht ganz schön krass war. Okay, wo bin ich? Ich bin in einem taiwanesischen Studentenwohnheim aufgewacht, so wie es aussieht. Aber wir haben Ladio. Okay, was haben wir hier? Move, Look. Okay, das hat ein Kleid- und Tab Notebook. Uh, fancy. Das gab es in der Demo noch nicht. Okay, wir können es damit durchskippen. Was haben wir denn hier? Objectives, also Ziele, äh, benutzbare Dinge, sammelbare Dinge und Janes Tagebuch. Janes ist vermutlich unsere Freundin oder das Mädel, worum es hier geht. Das Mädel auf dem Thumbnail, nicht wahr? Und unsere Aufgabe ist es, einen Weg nach Hause zu finden. Und das versuchen wir jetzt mal. Wir gehen mal hier raus. Interakt. So, Schuhe lassen wir hier. Hier sind auch mindestens zwei. Guck mal, da sind, nee, drei wohnen hier. Wir haben drei Paar Schuhe. Mein Gott, wir reichen. Okay, Crouch. Aha, was ist denn hier? Pick. Eine Taschenlampe. F, nicht F. F. Flashlight, da steht es auch. Für die ganz Doofen. Dunkel war es, der Momochin-Helde, als ein Schallblitzenschnelle durch die stinkenden Gänge lief. Oh ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich jetzt an das eine oder andere Ding aus der Demo. Und ich erinnere mich auch, dass das, glaube ich, ein bisschen was mit der asiatischen Kultuswahl, Kultur und Geisterwelt und so zu tun hat. Ihr kennt euch da, glaube ich, ein bisschen besser aus als ich. Hui, der Schimmelfleck. Ich glaube, der ist in der Demo auch schon aufgefallen. Deswegen, ihr dürft mich gerne belehren in den Kommentaren. Schreibt es rein, wenn ich was nicht verstehe. Zum Beispiel diesen Gesang hier. Warte mal. Wo kam der denn her? Wo kommt der Gesang her? Aus dem Radio. Schnauze, Sony. Ohne Scheiß, Sony. Ich war mal auf Lanzarote. Und da gibt es für die Touris so eine ganz lange Reihe an Elektronikgeschäften. Und da gibt es wirklich, die schreiben Sony so. Also gibt es nur gefälschte Sachen. Ich weiß nicht wie oder warum oder so. Guck mal, das sind irgendwelche buddhistischen Mönche, schätze ich mal. Aber durchgestrichen, schätze ich mal. Ein Schlüssel. Ein Raumschlüssel. Okay. Kufi, quit. Tap in die Description. Ein Schlüssel, um Türen damit aufzuschließen. Scroll, inspect. Können wir ihn irgendwie drehen? Tatsächlich. Alles klar. Und wie nehmen wir den jetzt? Mit E? Wie nehme ich den? Ich will den nehmen. Ja. E, F. Enter. Zoom. Wie nehme ich den denn jetzt? Ach so, quit. Ich muss quitten. Mein Gott. Okay. Äh, Description. Okay. Ähm. Äh. Ein Universitätsstudent ist vermisst gemeldet worden. Ein Student einer bekannten Universität in Bangkok ist auf mysteriöse Art und Weise seit zwei Tagen verschwunden. Die Zeugen berichten, dass sie, äh, nach Hause gehen wollte, nachdem sie, äh, Bauchschmerzen hatte. Vielmehr auf Seite 15. Ah ja, Bauchschmerzen. Ah ja, Bauchschmerzen. Ich erinnere mich. Ach so. Ja. Ah ja. Okay. Wir müssen nichts auswählen. Das wird hier automatisch. Find your way home. Oh, ja. Das wird automatisch hier, äh, gepick-upt aus dem Inventory. Hey. Babe. Hey, you. Hey, you. Das war nur ein Müllsack. Wir haben uns vertan. Find a girl to ask. Was? Shift run. Find a girl to ask. To ask her for a date, oder was? Ja, ja. Der Chicks Terminator wieder unterwegs. Das, das, oh, ist rot hier unten. Hey, was soll die Scheiße? Was, der Müllsack? Ja, gut. So macht man das halt wahrscheinlich. In Asien. Habt ihr das auch gehört? Ach so, dass man die Tür, die geknatscht hat. Ich glaube, dass, ich dachte, das wären irgendwelche Planken gewesen. Mhm. Mhm. Hau mir doch nicht die Tür in die Fresse, ey. Hey. Äh. Sag mir mal die besten Anmachsprüche, wo Mädels so draufstehen. Willst du meine Dickpics sehen? Ich hab Dickpics auf meinem Handy. Ich schick sie dir auch gerne per Direct Message. Babe. Ich schick sie dir auch. Tja. Wo mag sie hin sein? Warum hat sie so eine Laterne hier stehen? Schöner Antikerschrank. Und warum ist hier so viel Müll? Oh. Balut. Hm. Da ist nix gut. Oh. Wolle ich den Blut, haben sie gesagt. Das kennen wir ja schon. Pitsch, patsch, pitsch, patsch. Hier ist Ende. Ich habe das Gefühl, der Raum verändert sich leicht. Hallo. Was hast du mit dem Teppichmesser vor? Oh, das ist nicht gesund. Okay. Wie war das noch? Äh. Da. Da. Wo bin ich denn hin? Wo bin ich denn hin? Man nennt mich auch, äh. Nein, so nennt man mich nicht. Man nennt mich, äh. Den Hoodie dieses Schauerlandes. Ich kann mich blitzschnell verschwinden. Das Gegner mich nicht sehen. Und oh mein Gott, was macht ihr da? Das ist nicht gesund. Okay. Kann ich bitte. Dankeschön. Wow. Also unsere Freundin nutzt ihre Regelblutung, um damit magische Portale in die Wand zu zaubern. Das ist mal eine super Kraft, die ich echt... Danger. Must get out of the place. Okay. Das ist mal echt eine super Kraft, die ich schätze. Braucht noch jemand eine Mehrversteckdose? Ich hab da hier eine gefunden. Ein tolles Gemälde. Grün. Das ist die Farbe der Hoffnung. Oh, das ist der Bastelraum hier. Ah, ein paar UPS-Pakete oder DVD oder was auch immer. Ah, dann ist sie da rausgekommen hier. Da hat sie aber, äh, so einige Portale hier an die Wand gezaubert. Portal in Horror. Horror. Kann ich eigentlich Lichtschalter drücken? Nein, okay. Au. Hausmeister. Hier müsste mal aufgeräumt werden. Mhm. Ich schätze, wir brauchen einen Bolzenschneider. Das kennen wir ja schon. Wir kennen das, ne? Ich meine sogar... Irgendwo hier kriegt man einen. Ah, Überraschung. Super. Oh, das ist wieder... Pass auf, das ist dieser, äh, dieses Viech. Ich hab... Weiß nicht, wie das genau heißt. Sie kommt. Sie kommt. nicht. Sie kennen das. Problem. Was? Okay. Äh, das war gerade dieses Viech wieder. Was, was diese Geräusche macht. Diese... Oh, oh. Das ist ein böses Vorzeichen. Nicht wahr? Ich glaub, das war auch in Pamali. Wir haben, glaub ich, auch Pamali so, so ein bisschen gespielt. Hallo. Gespielt. Ah ja. Äh, Thailands nationale Religion ist Buddhismus. Äh, und deswegen ist das Bild von Buddha, äh, umgekehrt und benutzt als ein, äh, was? Ein Bild von Buddha, was umgekehrt ist und verehrt, als ein heiliges Objekt. Okay. Ähm, die, die Buddhismus praktizieren, benutzen die Statue von Buddha, äh, den Kopf von Buddha oder Bilder von Buddha als, als, ja, als Möbel oder als Dekoration, als Hausdekoration oder in irgendeiner, äh, Weg, äh, die nicht, ähm, für die Verehrung sind. Und, äh, ist, äh, nicht erwünscht, dass man quasi Buddha zur Dekoration benutzt. So wie ich das verstehe. Habt ihr einen Schlüssel? Ne, war nur Dreck. Kannst du jetzt sonst wo entstecken den Dreck? Steck weg den Dreck. Blut nix gut. Hashtag Blut nix gut. Können wir hier mal rein? Mh, 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 mh. Hui. Ich bin eine, eine Blume. Ich bin in einem riesigen Blumentopf. Es ist so schön hier. Hm. Okay, was suchen wir hier nochmal? Ach so, wir mussten hier außen rum gehen. Das klingt aber nicht so gut. Das klingt aber gar nicht gut. Also, die Zahnbürste sollte man nicht mehr benutzen. Und auch die Zahnpasta sieht nicht mehr gut aus. Die soll... Ja, ja, ja. Oh, was haben wir hier? Numera 5. Gutes Game. Keine Fotos. Okay. Ich gehe ja schon weiter. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich will, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht, gar nicht... Oh, oh. Aha. Äh, okay. Die Holzbalken blockieren den Weg. Finde einen Weg, die zu entfernen. Oh. Vielleicht hat sie ein Brecheisen dabei. Oder zwei. Oder ein rohes Hühnerei. Was? Ich habe gehört, ihr mögt Reime. Wenn ich reime. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, wo soll ich denn ein Brecheisen finden? Vielleicht in diesem Schrank? Gibt es hier noch andere Räume? War ich hier schon drin? Ich glaube, der Raum sieht ähnlich aus, aber anders. Verstehst du? Nee, hier war die dreckige Zahnbürste, glaube ich. Hier war ich nicht. Oh, got me. Ja, she got me. She got me. Okay, ich glaube nicht, dass wir wieder zurück müssen. Nein. Boah, irgendwas war hier, aber frag mich nicht. Frag mich nicht. Ich habe es vergessen. War da noch ein Raum? Hier ist noch ein Raum. Ist aber zu. Okay. Ach, dass der Raum dazu war. Ah, sie ist hier durchgegangen. Was haben wir hier? Oh, ich habe es genommen. Warte, ich muss mal gucken. Zwei von 18. Schade. Mhm. Okay. Da sind wir jetzt ein bisschen besser. Ich wollte eigentlich Description. Bring das nach Chai. Shanes Haare und Nägel. Shanes Haare und Nägel. Vielleicht wichtig für ein Ritual. Ich meine, irgendwie sowas war das, ne? Wir haben schon mal, wie war das? Araya haben wir schon mal gespielt, ne? Das war ja auch ein, ähm... Äh, ein Thai-Horror-Game. Ach, guck mal hier. Sehr gut. Haben wir eine Description? Einen Brecheisen, um Prying zu machen. Keine Ahnung, was das ist. Mach mal aus hier. Oh, so knapp daneben. Naja, der Hausmeister will es wegmachen, ne? Trotzdem gute Besserung. Lächte ich mal hin. Ihh, direkt daneben, ey. Oh, okay. Come back to me. Come back to me. Komm hier raus. Puh. Das war so nicht geplant. Oh, shit. Ich hoffe, wir haben einen guten Safe-Point. Das meine ich, ne? Ja, continue. Komm. Continue. Wo sind wir denn? Haben wir, haben wir dann schon das Crowbar? Boah, vor allem die Ladezeiten. Oh ja, oh ja. Ich glaube, ich kann den Schmerz verstehen so langsam. Wenn wir wirklich so Szenen haben... Okay. Wenn wir wirklich so Szenen haben, wo wir quasi dieses Crowbar finden müssen... Ja, 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 ja. Pass auf, wir überspringen die Szene. Ne, pass auf. Ich meinte eigentlich, wenn wir wirklich so Szenen haben, wie die Jagd uns, dann könnte das wirklich ein Problem sein. Wenn wir dann so lange Ladezeiten haben, dann ist das eine Menge zu tun. Ja. Erstmal hinlegen, habe ich doch gesagt. Ist das nämlich eine Menge zu tun? Eine Menge. Also, zu schneiden wahrscheinlich. Weil, das kannst du ja keinen antun, diese Ladezeiten. So. Okay. Kann ich schon wieder normal laufen? Ich glaube schon. Make it whack. Latte für Latte, ne? Zack. Gut. Danger. Must get out of this place. Grille? Ist das... Auch irgendwie ein Zeichen? Wir dürfen wahrscheinlich nicht allzu lange in diesen Kanälen hier rum. Rennen. Oh, Püppi. Hallo. Ja, sie war wirklich traurig. Dass sie nicht mit mir in diesen kuscheligen Gängen die Puppe entdecken konnte. Da ist auch noch was. Was haben wir denn da? Ein kleiner Schrein? So, mal sehen. Sie hat da über irgendwas geweint. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich hatte sie das Spiel, das wir zuletzt gespielt haben, auch gespielt. Ah ja. Eine seltsam ausdehende Puppe. Umarmende Puppen, die mit einem heiligen Band verbunden sind. Aha. Und... Ah ja. Der Let's Cherry Fluch ist ein Spruch, der Leute dazu zwingen kann, in Liebe sich zu verlieben. Das erwähnbare Feature von diesem Fluch oder von diesem Spruch sind zwei Puppen, die zusammen in einer umarmenden Pose gefesselt sind. Einer ist männlich und der andere ist weiblich. Anleitung. Erstellte zwei Puppen aus aus Friedhoferde und steck da irgendwas rein, das deinem Ziel gehört. Also steck es in die Puppe. Es können zum Beispiel Haare oder Nägel sein. Dann verbinden sie diese Puppen zusammen mit einem heiligen Band. Was bei irgendwas Shrouding Corpses, also irgendwas mit Körper, ich weiß nicht, was Shrouding heißt, benutzt wird. Vielleicht tote Personen oder sowas. Nur talentierte oder ja, talentierte Handwerker können dies durchführen. Es kann nicht von Anfängern durchgeführt werden, weil es, wenn es fertig ist, steckt die zusammengewundenen Puppen unter das Kissen von deinem Ziel. Ja, also ein Fluch. Wir wollten die Liebe dieses Mädchens an uns binden, so wie wir die Puppen gegenseitig an sie gebunden haben. Ja, ist gut. Ist keiner da. Na gut, sie geht. dann gehen wir auch mal. Lecker. Blutdusche. Warte mal, hier geht es nicht weiter. Seht ich das richtig? Doch, es geht weiter. Wir mussten nur die Tür sehen. Hier können wir uns auch noch mal verstecken. Bücher über Fahrräder. Warum kein Fahrrad? Dann wäre ich jetzt weg hier aus dieser Hölle. Da können wir uns auch verstecken. Sehr gut. Da ist ein zu. Hier ist was? Können wir jetzt aufmachen? Ah, wir brauchen eine Sicherung. Natürlich. Ah, jetzt brauchen wir eine Sicherung. Geh doch. Lass ich raten. Die Sicherung liegt da. Und wie durch Zauberhand können wir... Können wir in diese Tür? Nein. Gehen wir hier rein. Scheint aber recht beschwerlich zu sein, durch das Portal zu gehen. Sie hat immer noch das Teppich müssen. Es ist niemand hier. Nein. Wer sollte sich in diesem Schrank verstecken? Oh. Oh. Komm zurück. Komm zurück. Nein. Bleib einfach weg. Jetzt machen wir so knack. Es ist ganz, als ob sie mit dem Kopf knackt. Wir sollten leise sein. Ah, ja. Hold rechts zum Gucken. Ah, ja. Aha. Wir müssen bestimmt nach hinten links, ne? Das hatten wir doch letztens erst hier. Diese Scheiße mit dem Wegrennen, ne? Lass mich raten. Einmal durch reicht doch nicht. Wir müssen auch nochmal zurück. Da können wir uns auch verstecken. nur für den Notfall. Ich bleib erstmal unten. Ich will nicht, dass sie uns hört. Okay. Was haben wir hier? Ah, ja. Eine brauchbare Nutze... Äh, Nutze. Eine brauchbare Sicherung, um sie für elektrische Schaltkreise zu benutzen. Sonst noch was Schönes? Ich glaub nicht. Das scheiß Radio ist angegangen. Deswegen sind sie schrägge hier. Na gut, sind nicht die Backstreet Boys, aber immerhin. Ach, das Ende. Okay, sie darf uns null entdecken. Das ist ja super. Ich liebe sowas. Wirklich nicht. Ah. Was habt ihr mir da angetan? Ihr habt gesagt, das Spiel ist gruselig. Was für mich und so. Aber sowas ist... Oh. Können wir vielleicht direkt das Radio ausmachen? Gut, wir warten, bis sie wieder weg ist. Das ist ja auch kein Problem, ne? Ist ja gemütlich hier im Schrank. Wäre irgendwie schön, wenn man die Radius irgendwie deaktivieren könnte, dass die Olle gar nicht erst hier vorbeikommt, ne? Ich frage, ist, geht sie denn wieder? Muss ich jetzt warten? Ja, alles klar. Keine Ahnung, was er, was, äh, was er, was er da gesagt hat. Genau, wir wechseln jetzt einfach immer das Geschlecht zwischendurch. Hallo. Wir müssen, äh, da lang. Wir können auch da lang. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie so durch Tische gucken kann oder so. Prinzipiell ist das jetzt gut, dass sie daher geht. Ja, sehr gut. Sehr gut, gut. Gut. Perfekt. Great. Ich hoffe, wir haben mal gute Save Points. Die würden mich echt davor bewahren, hier, äh, vor dem geistigen Verfall. So. So. Ja? Achso. Wir müssen die Animation abwarten. Das ist klar. Das hört sie natürlich nicht. Ist ja nicht schweinelaut. Lass los. Ich laufe mal besser. Ein kleines gerolltes Amulett mit Inschriften von magischen Buchstaben, meistens von Männern getragen. Man glaubt, dass es einen beschützt, derjenige, der es trägt, und ihn auch attraktiv macht. Okay. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Dankeschön. Uh. Nicht in das Blut laufen, ne? Dann werden wir langsamer. Uh. Tricky, tricky. Tricky. Oh, 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 oh. Haben wir es geschafft? Wir konnten uns jetzt gegen sie verteidigen, mein Gott. Wir haben gelernt. Wir haben jetzt zwar nur ein paar Mal Teppichmesser ins Auge gekriegt, aber hey, wir leben noch. Oh, Teflon. Da war die Demo übrigens zu Ende. Hm. Honey, wake up. Hä? Hey, Tim. It's Du. Hey, Du. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Oh. Call me back, so I know you're not dead. Ich bin nur dead inside. Aber ist okay. Hey, wir sind zu Hause. Wir haben es nach Hause geschafft. Wir haben Großartiges geschafft. Kein Spiegelbild. Aber die Tür wird auch nicht angezeigt. Ist ja enttäuschend. Oh. Hallo. Ah ja. Ein Stück eines geheimnisvollen Fotos. Ja gut. Nehmen wir mit. Vielleicht finden wir... Es ist ein Collectible. Ach, das ist ein Usable-Item. Okay. Jane. Der Geist des Studenten. Was haben wir denn hier schönes? Pieces of Mysteries. Okay. Fotograf. Alles klar. Ah, die sind sortiert. Sehr viele wichtige Bücher über Robo Deluxe. Band 1 bis 520. Und ganz viel You can do it. Wir brauchten aber viel Motivation hier. Wahrscheinlich ist das von den Entwicklern, die dieses Spiel programmiert haben. Ah, hier. Ja? Namaste. Ja, alles klar. Ich nehme einen Tee. Ah. Ist wohl unsere Freundin. Wir können uns nicht erkennen, aber wir sind ein bisschen moppelig, würde ich glaube ich sagen. Wie haben wir so eine schöne Freundin bekommen? Wahrscheinlich haben wir einen riesigen Charakter. Okay. Daily Report. Äh. Königliche Teilpolizei. Äh. Tagesreport. Polizeistation Samut Prakan. Ähm. Polizeistation Hauptquartierregion. Befehl 4. 29. Mai 2013. Okay. Äh. Ähm. Aufnahme. Mr. Chachai Tuboli. Auch Tim genannt. 34 Jahre. Äh. Wohnt in Nummer 12. Mo 6. Paknamuang Samuat Pakan. Ganz wichtige Info. Ist zur Polizeistation gekommen und hat berichtet, dass am 29. Mai 2013 um 3.30 Uhr herausgefunden hat, dass Mrs. Nitarinya verschollen, also vermisst ist und er hat sie noch nicht gefunden. Äh. 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 gefunden oder geführt hat, äh, glaubt ihn, äh, macht ihn glauben, dass, ähm, vielleicht eine, äh, ja, ein Anschlag, äh, stattgefunden hat, oder ein Übergriff. Äh. Äh. Gericht wird als Beweis verwendet werden können, äh, dass er, dass er am Tatort war. Okay. Polizei-Captain, Meta, Subo-Wonga, Sub-Investor, besigned als Informant, bla 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 bla, echte Kopie. Äh. Okay. Also. Wir waren am Tatort. Wenn dann die Person vermisst ist, warum das dann ein Tatort ist? Keine Ahnung. Solange sie vermisst ist, kann sie ja sonst wo sein. Zum Beispiel abgehauen sein. Gut. Wir gucken uns erstmal unten um. Was haben wir hier? Janes Tagebuch. 29. April 2013. Vorderseite. Ähm. Ich hatte einen ziemlich un, äh, ungewöhnlichen Traum letzte Nacht. So seltsam, dass ich dachte, dass er echt ist. Irgendetwas oder irgendjemand hat mich verfolgt. Die ganze Nacht, ähm, er ist zu mir gekommen und hat kräftig an mir gezogen. Der Schmerz, den ich gefühlt habe, war so real, ähm, als wollte es mein Leben nehmen. Aber ich habe es geschafft zu entkommen und habe das Licht am Ende des Pfades gesehen. Ich konnte mich an nichts anderes erinnern. Rückseite. Es war nichts grusiger als das. Was habe ich gesehen? Ähm, wie sind die Dinge? Hallo, Jane? Äh, was war es, das ich gesehen habe? Hm. Okay. Hey, Tim. It's Dew. Dew. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Hope you do well. Call me back, so I know you're not dead. Wer weiß. Grüne Tüte. Vielleicht bin ich tot. Oh, oh, okay. Ja. Wir haben das Foto umgestellt. Und ist der hier? Wo ist der? Ich wollte gerade sagen, warum steht der falsch rum, der Fernseher? Aber es ist hier. Hier ist die Fernsehecke. Man hat einfach so einen Schrank als Raumtrenner. Es ist ja auch ungewöhnlich. Aber wahrscheinlich hat man einfach so wenig Platz im Apartment. Hey, Chuck. Ja? Sieht ja noch fit aus. Da oben ist ein kleiner Buddha. Eine Coke. Ich weiß nicht, warum man die da hochstellt. Aber naja. Hier sind so ein paar Bänder vor der Tür. Das sieht aus wie ein Siegel, ne? So, irgendwas versiegelt wurde. Noch ein Chuck. Tüten, Tüten, Tüten. Wahrscheinlich hat sie wieder eingekauft. Flaschen und Bierdosen, Medikamente. Ich gehe mal in die Küche. Und mache eine Wäsche an. Spüle das hier mal eben weg. Koch mir was Leckeres. Und habe Notizen am Kühlschrank, die ich nicht lesen kann. Mensch, wir sind ein unordentlicher Mensch. Okay, da waren wir schon. Gehen wir mal hoch. Wenigstens den Chucks geht es hier gut. Und wir sind scheinbar viel verreist. Wir haben viele schöne Fotos von den Reisen. Unten waren ja nur Fotos von unserer Freundin und mir. Also, oder von Frau. Ich weiß ja nicht, ob wir verheiratet sind oder so. Wir haben auf jeden Fall ein Faible dafür. Cola-Flaschen neben Buddha. Auf Schränke zu stellen. Aber vielleicht opfert man das auch einfach. Und wir kaufen gerne bei Sia ein. Wir kaufen generell gerne ein. Oder unsere Frau. Ah ja. Janes Tagebuch. 27. Oktober 2015. Da gibt es etwas, was ich mit dir teilen möchte. Heute ist einfach einer der glücklichsten Tage meines Lebens bisher. Warum? Weil wir endlich unser eigenes Haus gekauft haben. Genauer gesagt, es ist Tims Haus. Er hat so hart gearbeitet und hat gespart für dieses Haus. Auf der Rückseite. Tim sagte auch, dass das Haus das Geschenk für unseren ersten Jahrestag ist, seit wir verheiratet sind. Ok, es ist unsere Frau. Ist das nicht das süßeste Ding ever, was du je gehört hast? Ich danke dir eine Million Mal, Tim. Ich liebe dich mehr als alles andere. Aha, Open Janes Room. Wie soll ich denn das machen? Ich brauche einen Schlüssel. Vermutlich. Hallo? La Musica. Blu-ray. Ist das nicht irgendwie der Todeswalzer oder sowas? Ok, wir gucken uns erstmal hier um. Was haben wir hier? Noch mehr Bücher über Kunst und so. Noch mehr Taschen. Noch mehr Fotos. Dann müssen wir aufstehen. Hoffentlich nicht allzu bald. Ah, wir spielen Gitarre. Ah, hier haben wir auch noch was. Janes Zeichnung. Janes Zeichnung, das sieht aus wie eine Karte. Aha. Da ist ein Schlüssel neben dem Esstisch. Oh, oben drauf, auf dem Schrank. Alles klar. Aha. Dann weiß ich ja, was ich tun muss. Ich gehe trotzdem nochmal ins Bad. Weil ich Klopapier brauche. Vielleicht liegt hier noch das zweite Teil von dem Bild rum. Das war eine riesige Dusche. Kannst hier eine Orgie drin feiern. Ey, so viele Leute passen da rein. I like. Okay, unten. Esstisch. Neben dem Esstisch auf dem Schrank müsste ein Schlüssel liegen. Wenn ich diese Zeichnung richtig gedeutet habe. Da oben. Neben dem Buddha. Aber wie komme ich da hin? Ich kann nicht springen. Der bin tief da oben, ne? Ach, da. Ah. Ah ja. Alles klar. Okay. Nehmen wir mal mit. Schlüsselring. Äh, also. Dingsbums. Was haben wir hier? Hä? Das haben wir doch gerade erst aufgehoben. Verrückt, oder? Als ob hier jemand immer alles zurückgängig macht. Als ob hier noch ein Geist ist. Gut. Damit müssten wir in Janes Zimmer kommen. Jane Doe. Warum hat Jane eigentlich ein eigenes Zimmer? Mehr. Oh, Tim. Oh, Jane. Hi. Was schreibst du? Ja. Kann ich mal schauen? Oh, es ist private. Geh raus. Okay. Well. It's time for bed. Hm. Is that Jane's diary? Janes Tagebuch mal wieder. Oh, du süßer. Guck mal. Weltkarte. Und noch mehr rote Lachs. Oder sowas. Mal wieder selben, selben, selben Fotos. So. Warum gucke ich mich erst im Raum um, bevor ich zur Note gehe? Weil ich Angst habe, dass eine Zwischensequenz triggert und wir nicht mehr die Möglichkeit haben, uns im Raum umzuschauen. Falls ihr euch das immer fragt, warum ich sowas mache. Gut. Schauen wir uns die Note an. Und bitte übersetzen. Okay. Vorder sagte. Es fühlt sich an, als ob irgendetwas Schlimmes passiert. Ich sehe Dinge, die nicht da sind. Es passiert immer wieder. Und ich dachte, irgendjemand ist im Haus. Manchmal fühlt es sich an, als ob ich beobachtet werde von irgendwo. Es fühlt sich gruselig. Irgendwo bei den Treppen an. Und beim Schrank auch so. Gott. Du machst es nicht viel besser, Jane. Pass auf dich auf. Was? Pass auf dich auf für Tim. Habe ich gerade mit mir selber geredet im Tagebuch? Haha. Ich verrückte. Rückseite. Tim ist noch nicht nach Hause gekommen. Wir hängen nicht mehr rum. Auch nicht mehr zu erwähnen, dass wir auch nicht mehr zusammen ausgehen. Wir sollten ein bisschen beten. Und ein bisschen gutes Karma zusammen machen. Wer weiß. Vielleicht wird es dann besser. Okay. Na, Treppe ist gruselig. Vorderseite. Ich fühle mich so verlassen oder vergesslich in letzter Zeit. Ich dachte, dass das Telefon in der Küche ist. Ich habe überall danach gesucht und ich habe es im Schlafzimmer gefunden. Ich wusste, dass ich mich erinnern kann. Oder vielleicht war es einfach nur ich. Komm schon, Jane. Vielleicht bin ich nur ein bisschen gestresst. Reiß dich zusammen, Jane. Rückseite. Noch eine Sache. Ich wusste, dass ich in letzter Zeit nicht vollkommen ausgeruht bin. Dass ich dachte, was ich dachte. Ich dachte, ich habe etwas Seltsames in dem Haus gesehen. Der Fernseher war kaputt. Vielleicht. Das Signal war nur ganz schlecht. Es gab eine Zeit, dass mich die Dinge so zum Durchdrehen gebracht haben, weil ich sicher war, dass ich ein Beerdigungsgebet oder Beta, also jemand, der ein Beerdigungsgebet spricht, gehört habe durch das Rauschen des Fernsehers. Das hat mich total verrückt gemacht. Okay. Gruselig. Lass mich raten, wir müssen jetzt zum Fernseher oder so. Auf jeden Fall runter. Irgendwas müssen wir jetzt hier erleben. Irgendwas Merkwürdiges. Ich gehe mal runter. Haben wir noch eine andere Aufgabe? Open Jane's Room. Warte mal, vielleicht müssen wir noch mehr finden hier. Haben wir noch eine Tagebuchseite vergessen, vielleicht? Sie mag auf jeden Fall Teddys. Anders kann man das ja nicht sagen hier. Keine Ahnung, warum hier die Fenster auch so alle zu hängen. Ein Klima haben wir. Das ist noch einiges erträglicher als bei uns im Sommer. Gut, wir gehen mal runter. Sie hat irgendwie was an der Treppe gespürt, hat sie gesagt. Am Fernseher. Das Bild ist schon wieder umgekippt. So langsam mache ich mir Sorgen. Und die Tür ist auch wieder auf. Warte mal, vielleicht müssen wir da jetzt rein. Okay. Nö, du, komm, wir machen. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Machen wir uns Fernseher an. Haben wir noch ein Bier hier irgendwo? Was läuft denn so auf Netflix? Okay, ja, ich weiß auch. Ach, guck mal. Ach, der Faden geht. War das gerade schon so? Das ist ja cool mit den Fäden. War das vorhin schon so? Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Cooles Feature. Da weiß man, was man als nächstes tun muss. Gut. Zurück in den Albtraum. Ihr freut euch sicherlich auch schon so wie ich. Der Ladescreen vermag nichts Gutes zu heißen. Vermag, verheißt nichts Gutes. Das wollte ich sagen. Oh Mann. Ich hoffe, es fängt nicht wieder direkt mit irgendwelchen Verfolgungszenen an. So entdecken, das ist mein Ding. So wie gerade ein bisschen was entdecken. Ein bisschen über die Story philosophieren. Nicht so düstere Gänge hier. Blau und Rohr. Entschuldigung. Mit blau und Rohr. Ja? Sie schreit so hart. Die Frage ist, ob rechts oder links. Ich finde Jane. Sie ist vielleicht hier. Ich glaube, es ist egal. Es ist Wayne. Es ist nicht nur Jane. Es ist auch Wayne, in welche Richtung wir gehen. Es ist quasi exakt so wie bei... Hier sind wieder so Kabel. Ein Messer. Ein Bild von einem Messer. Ein außergewöhnlich ausdehendes Messer. Wow. Das ist schon creepy irgendwie. Okay. Wir sollten dieses Bild finden, glaube ich. Das ist echt creepy. Mit den Fäden und so. Nein, hier ist nichts. Hier kriegt nichts rum. Nur hier. Da kriegt was rum. Ja. Da sind noch wieder Fäden. Guck mal, er hat auch noch Husten. Genauso wie ich. Manchmal, wenn ich komisch atme oder so mache, dann ist das wirklich, weil ich dann gerade wieder Hustenreiz habe, aber nicht so direkt hier ins Mikro rotzen will. Weißt du? Also verzeih mir, falls ich irgendwie mich merkwürdig artikuliere oder so. Oder andere Sachen. Mh, mh. Schön. Hier sind wieder die Fäden. An der Decke. Ah, es ist vielleicht wie dieses Band, ne? Dieses Band, mit dem man verbunden ist. Diese Puppen hier, ne? Okay. Treppe rauf. Oder in diese Kammer. Okay, wir können nicht in die Kammer. Wir müssen Treppe rauf. Ich drehe mich noch mal gerne um. Immer mal wieder. Hm. Viele Türe. Janes Tagebuch. 2. Mai 2013. Äh, es wird nicht besser. Ich bin sicher, ich bin in einen tiefen Schlaf gefallen. Äh, dann warum, äh, zur Hölle bin ich in diesem alten, äh, Holzhaus? Und, äh, was ist mit diesen Schatten, die draußen rumschleichen? Ich habe nicht, niemals sowas gigantisches bisher gesehen. Äh, es war mir möglich, dass ich aus diesem Albtraum entfliehen konnte. Zurück in mein Schlafzimmer. Was passiert mit mir? Den Schatten, der draußen rumkreucht und fleucht? Das ist ein Sandstrand. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Einer älter als der andere. Okay, das war gerade ein krasser Hustenanfall. Da musste ich mal Cut setzen. Das war wirklich... Oh, oh Gott. Ein Glück habt ihr erst nicht gesehen. Gut. Okay, Hunde. Hunde. Konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Sitze ich noch richtig in der Kamera? Wir hatten hier die alten Herren, genau. Alles klar. Oh. Was? Äh, an die Wand wurde mit drei verschiedenen farblichen, äh, Wach... Ne, nicht Wachsmal, wie heißt das? Kreidengeschrieben. Irgendetwas, die ist hier verborgen oder bedeutet, was... Ich weiß nicht, was Conveying heißt. Oh, irgendwas bedeutet das. Wir brauchen Wachsmalstifte. Nein, Kreide brauchen wir. Ah. Ein Bild von einer Gruppe von Teenagern. Mhm. Sind wir das? Kein Plan. Ich hab vergessen, dass wir uns auch hinhoppen... Jetzt geht's schon wieder los. Dass wir uns auch hinhoppen können. Ich guck mal, ob wir raus können oder... Oh. Ah. Ja. Warum nicht? Mehrfachstückdose? Noch? Ein Zahnschloss. Aha. Okay, wir brauchen einen Code. Wahrscheinlich müssen wir die Striche zählen. Äh, ah ja. Wir brauchen erst Weiß. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauchen wir Pink. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Was? Eins? Nein. Vier, fünf, sechs, sieben. Also vier, sieben. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier, sieben, sechs. Versuchen wir das mal. Vier, sieben, sechs. Check. Rätsel Gott Schaui. Ab jetzt nennt mich nur noch Rätsel Gott Schaui. Der kann es nämlich genaui. Okay. Wir sind jetzt im Hof. Was? Hallo. Ein Irrlicht. Ja, da vorne war eine Tür. Komm mal da rein. Ich will. Nope. Oh. Ja, je. Oh. 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 Kinder. Warum spielt ihr denn noch draußen? Ihr soll doch schon längst reinkommen. Schnell wieder zu, bevor die Kinder reinkommen. Oder nicht. Ja, ja. Ja, ja. Okay, irgendwas mit einer Motorrad-Gang, um dass sie den Anführer der Motorrad-Gang festgenommen haben. Warte mal, hier geht's doch. Wir sind doch wieder im selben fucking Raum, oder? Das war eben noch nicht da. Ah ja. In Öl getränkte Tücher. In früheren Zeiten wurden große Bäume dazu benutzt, als Pillars. Achso, als Pfeiler. Achso, ein in Öl getränkter Pfeiler? Wurden große Bäume als Pfeiler benutzt, wenn man ein Haus gebaut hat? Als die Holzpfeiler ausgelaufen sind, glaubten die Leute, dass dieses Öl der Pfeiler einen Geist haben, der in diesem Baum lebte, bevor es niedergeschnitten wurde. Falls der Geist des Baumes nicht respektiert wurde, wird es Unglück passieren. Moderne Wissenschaft hat aber bewiesen, dass dieses Öl aus diesen Stämmen rauslaufen. Das ist einfach charakteristisch für verschiedene Typen von Bäumen. Zum Beispiel Bäume, die aus, um Gummi herzustellen. Tachyantri, Hoppea odorata, grüner Bambus, und so weiter. Okay. Gut. Ja, schön. Ist das. Das rote Kabel geht hier auf jeden Fall noch weiter her. Und es wird nach oben. Da können wir nicht rein. Wir müssen hoch. Gut. Es gibt nicht so viel Verfolgungsszenen hier. Bisher. Ah ja. Gibt es da eine Übersetzung für? Ich werde zurückkommen. Ich werde bekommen, was mir gehört. Dann bekomm du mal, was dir gehört. Geil. Ist ja wirklich ein großes Wesen da draußen. Holy Sh... Hi. 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 Agashomida. Schon mal die Masterboya. Toka. So, das sollte japanisch sein. Für... Mein Gott. Die große Hände. Hey, eine Bikerjacke. Und Motorradteile. So kommt eins. Eins und eins wird hier zusammengezählt. Motorenöl. Spray. Motor. Franz Racing Club. Oh, ich glaube, ich muss gleich die Aufnahme stoppen. Ja. Hallo. Hallo. Riesige Frau. War die Tür gerade schon zu? Muss ich hier was finden? Ich ahne Böses, wenn wir jetzt zurückgehen. Ah, ha, 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 ha. Oh. Ja, war das gerade schon... Ah, ha, ha. Ah, kriechi. Ey, kriechi. Kriechi, ey. Krieche nicht so rum. Kinder. Kommt essen. Hört auf zu spielen. Im Untergrund. Und... Ja, du gehst schon mal hoch. Das ist gut. Schön. Schön brav. Aber irgendjemand hatte wieder Zeit, Kerzen hinzustellen. Oh, Gott. Was ist das wohl mit dem Band auf sich hat? Da, 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 da. Grüß Gott. Ach, ein Drucker. Sehr gut. Kann ich endlich mal die Kopien machen hier. Ah, herrlich. Hä? Hä? Der gute Effa-Drucker. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Das ist bestimmt nur ein Nach-Effa. Okay, dunkler Gang. Fenster. Tür. Können wir nichts machen. Wir haben was hier. Nein. Nein. Wow. 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 Wait. Seht ihr das auch? Was war das? Beachten Sie diesen Glitch nicht. Der hatte nichts zu suchen. Genau wie ich. Aha. Aha. Treppenhaus. Komm wir da ran. Hallo. 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 All of you, please listen. When you've done unkind things to others, either to family or friends, when you badly hurt those who are kind to you, when you commit crimes, when you cause others' disturbances, the karma will be facing you when you pass away. Once the karma is done with you, you'll be reborn as a ghost, drawn in wonder to all the places you were once seen, lost in the eternal limbo. All of you may be aware of the screams which can be heard in the distance at nightfall, the sound made by a creature with the mouth as small as a pinhole, unable to feast, unable to go, wandering around aimlessly and hungrily, full of pain as it is being tortured. The moral here is not to cause anybody pain or hardship, because that is where you'll end up. Once the wheel of karma has turned, what you do comes to bite you. It goes around, comes around. Ah ja. Gut. Sehr gut. Da ging's um Karma, ne? Was du nicht willst, das man dir tut, das tut auch keinem anderen zu, ne? So. Ist wie ein Wesen, was draußen rumwandert, mit einem Mund so klein wie ein Loch oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Karma wird über dich richten, wenn du tot bist. Nur dann bekommt man, wird man ein Geist, dass Karma ausgeglichen ist und kann überall hin. Irgendwie so. Wollen wir mal sehen. Wie war das noch mit der Kopie? Ich traue diesem Ort nicht. Das sieht ja so nach Chase aus hier. Das sind hier so schmale Gängeformen. Oh, hi. Okay. Okay. Das ist ja mal ein riesiges Wesen gewesen. Mein Gott. Das war Brianne von TAT. Brianne. Entschuldigung. Brianne von TAT war das. Ah, ja. Den Brianne von TAT hatte ich schon mal. Ich weiß. Ich weiß. Ist hier ein Außenbereich? Das habe ich gar nicht so verstanden. Bringen wir ihn. Kann was vom Klo? Oh, besetzt. Entschuldigung. Ah, hier ist frei. Ah. Okay, ich gehe später. Ich gehe später, Mama. Ich muss noch nicht. Achievements. Ich suche Achievements. Habt ihr die hier versteckt irgendwo? Scheiß Achievements. Okay. Guck mal, oben. Ach nee. Von da bin ich gekommen. Da ist noch eine Tür. War die... Hab ich schon ausprobiert wahrscheinlich. Biggie, Biggie, Biggie. Bist du noch hier? Oh, lass bitte die Tür aufgehen. Ah, ja. Das ist ja fast wie der Riese aus Niffelheim. Bleibst du jetzt da stehen? Ich schätze mal, wir dürfen nicht ins rote Licht gehen. Ja, ja, ja. Alles gut. Ah. Oh. Okay. Da hat er mich erwischt. Ich wusste nicht, dass der auch noch in die Richtung blicken kann. Das ist nicht der Stork-Riese, das ist der Riese mit dem roten Auge. Der mit dem roten Auge. Wir müssen aufpassen, denn da hinten kann er auch noch hingucken. Es könnte gefährlich werden. News, dead by daylight. Hey, danke für die News. Habe ich nicht nachgefragt, aber egal. Oh, okay. Huh, Glück gehabt. Das habe ich das letzte Mal verkackt in der letzten Folge. Er geht jetzt woanders hin. Oh, er guckt jetzt da nochmal rum. Wir sollten unten bleiben. Er atmet schwer. Wir können doch hier so rüber gucken, ne? Wo guckt er denn noch hin? Ei, 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 ei. Nein, ich bin hier. Keiner da. Oh, oh, Glück gehabt. Er ist ein weitergerannt. Sieh mal einer an. Ach, da hinten zur Tür müssen wir. Dann gehen wir da vorne nochmal rein. Äh, da. Da sollte er uns eigentlich nicht sehen. Er guckt zur Tür und dann rennen wir gleich einfach raus. Ja, easy peasy. Easy peasy cheesy. Hier ist keiner. Nobody there. Oh, 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 oh. Direkt hier verkackt am Anfang der Folge. Das kommt immer gut. Ihr könnt mir ein bisschen Glück in Form von Daumen nach oben schicken in die Vergangenheit. Ja, das funktioniert wirklich. Denn beim nächsten Mal schaffen wir es dann. Wirklich. Ihr werdet es schon sehen. Pass auf. Es dauert jetzt hier nur 5000 Jahre. Oh, wir dürfen noch mal alles noch mal machen. Okay, er guckt erst da hinten hin. Keiner da. Keiner da. So, jetzt guckt er weiter. Gleich für Jörg. Und denk dran, gleich nicht wieder erschrecken hier. Da vorne, ne? Nicht wieder hier vorne links erschrecken. Boah! Das ist aber auch ein witziges Wesen. Das erinnert mich an irgendwas. An irgendeinem Viech aus irgendeinem anderen Horrorgame erinnert mich das. Sehr, sehr ähnlich. Mal sehen, ob wir mit dem Ding noch Bekanntschaft machen werden. Wie weit? Jetzt guckt er rüber. Ich glaube, der hat seinen Blick die ganze Zeit. Oh! Keiner da. Nein, keiner da. Dann haben wir quasi nur eine Chance. Los, geh weggucken. Hier ist keiner. Das hat doch super funktioniert. Und er geht weiter. Los, guck zum... Ja, super. Und gleich kriechen wir am besten nur noch. Schaffen wir das? Huh, geschafft. Yeah! Warum ist er zu? Oh, okay. Good. Oh, huzzah! Oh! Breaking news from the scene. Mr. Pichai Manapabu, the leader of the Vikings and the main suspect of the robbery cases has now parted from the main group and the police are chasing him. We're staying with this event and keeping you live. Get straight into the news! Das, äh, okay. Der Bikerchef hat sich irgendwie losgelöst von den anderen und die Polizei verfolgt ihn jetzt einzeln oder so. So habe ich das verstanden. Dit habe ich so verstanden. Gut. Ich bin so froh, dass wir keine Batterien in dem Spiel finden müssen, dass wir einfach hier rumrennen können. Okay. Aha, ein Plan. Ebenen 3. Da gibt's... Hier ist die Treppe. Das ist das. Also ganz... So ganz passt das auch nicht, ne? Zwei Räume. Hallo? Können wir da durchgucken? Oh, ein Schlüssel. Nehmen wir die nochmal. Ein Schlüssel, um den oberen Flur der Polizeistation aufzuschließen. Polizeistation. Wie Polizeistation. Äh, ich muss durch den dritten, äh, Stock nachts gehen. Oft nachts gehen. In letzter Zeit. Ähm, falls ich den Schlüssel nicht zurücklege, lasse ich, äh, ihn in dem Safe in meinem Büro. Der Subinspektor Bunscher. Bunscher, Bunscher. Okay, äh, warte mal. Jane's Voice from the third floor. Find a way in. Ach, die kommt da her. Und wir haben den Schlüssel für den ersten, äh, Stock. Glaube ich, ne? Haben wir den vom ersten Stock? Ah, ja. Mal sehen, wo sein Büro ist. Wahrscheinlich im, äh, dritten Stock. Okay, hier haben wir den Schlüssel. Gucken wir mal, ob hier was Schönes ist. Ja, viele, viele kleine Räume. Uh. Also, wir sind ja Polizeistation. Viel Spaß. Nein, komm, da muss ich doch jetzt mal nachgucken. Oh! Haha! Ja, jeder Hippie muss mal Pipi, ne? Ja, Was ist das für Flecken an der Wand? Ich würde es gar nicht wissen. War der auf dem Damenklo? Sieht so aus. Okay, es ist ein Mädchen. Wir dürfen ihm, wir dürfen ihr einen Mädchennamen geben. Ich, äh, ich bin für, ähm, Henrietta. Henrietta ist gut. Okay, Special Edition Preta Insight. Äh, ein Preta ist ein Typ eines Geistes, der ziemlich bekannt ist dafür im Buddhismus und Hinduismus und, äh, verwandten Religion. Äh, man sagt, es ist ein Geist, der leidet, ähm, mit, mit unstillbarem Hunger und Durst. Ähm, das ist ein Glauben für die, die, äh, tödliche Sünden begangen haben. So wie Diebstahl, ähm, so wie Diebstahl. Ähm, dann wird ein Leben da, äh, wieder als Preta wiedergeboren. Okay. Thai-Leute glauben auch, ähm, dass, ähm, deine Eltern quasi, äh, zu schlagen, äh, auch dazu führen wird, dass du als Preta geboren wirst. Ähm, äh, der, die Preta ist normalerweise eine große Kreatur, so groß wie ein Palmenbaum, eine Hand so groß, äh, wie ein, ein Palmenblatt, ein Mund so klein wie ein Pinhole. Ich weiß nicht, was ein Pinhole ist. Äh, es wird sein Leben, Leben, äh, leiden, mit all den Sünden, die das begangen hat. Okay. Wir haben einen Preta, Preta, äh, kennengelernt. Und hier haben wir die Hackordnung, ne? Oben ist der Chef von alles und dann kommen die kleineren Chefs von ein bisschen weniger und unten sind die Chefs von gar nichts mehr. Wie im richtigen Leben, so. Wie im richtigen Leben. Okay, ich hab Angst, dass hier Animatronics kommt. Das ist sowieso wie bei Case Animatronics. Unsere Taschenlampe auf der Polizeistation. Ah ja. Archive. Oh, vielleicht ist hier der, der Safe, den wir finden müssen. Oder so. Komm da rein. Lass mich raten, wir müssen ein geeignetes Werkzeug finden. Zum Beispiel ein Schraubenzieher. Ja, ja. Hier sind alle Spiele gleich, du. Da ist der kleine Chuck. Das ist aber groß hier, die Station, ne? Station. Hauptsache viele Kopierer. Keine Übersetzung. Schade. Übersetz das mal. Du, der Thailändisch kann. Ich hab immer Thaiwanesisch gesagt, das ist aber falsch. Weil Thaiwanesen, die leben in Taiwan und nicht in Thailand. Das ist beides Thai. Ah ja. Wir brauchen die Kombination. Choose Second Passwort. Was weiß ich, ey. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwie Hinweise zum... Oh, ein Hinweis. 8601. Aha. 8601. Choose First Choose Second Passwort. Wir Rotate. S Reset. Ich verstehe diesen Save nicht. Was? 080601. Also 80861. 8. Achso. 6. Hä, warte mal. Wenn das unten steht. Dann 8 mal, 6 mal, 1 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Okay, ich verstehe das Rätsel nicht. Ich gucke mal, ob ich was anderes noch finde. Soweit. Soweit. Die ist ja noch groß hier, die Polizeistation. Und zum Beispiel ein Schraubendreher. Hier kann man auch hochgehen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ah ja. Schraubenschlüssel. Ein Werkzeug, um schraubenlos oder festzumachen. Sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Sehr schön. Damit kommen wir zumindest unten durch. Hier kommen wir aber nicht höher. Vielleicht kriegen wir dann noch einen zweiten Hinweis. Da kommen wir ja auch nicht durch. Ne, das ist ja nur der Schlüssel für oben. Gucken wir mal, was es auf der Toilette gibt. Wo war denn das nochmal? Hier hinten. Lass dir Zeit. Wie wirklich eine verdammte Schraube hier losgedreht wird. Ah gut. Ach, wir sind wieder auf dem Klo. Warum? Vermutlich einfach nur ein Fluchtweg, ne? Ja, so wird das sein. Wahrscheinlich, okay, wir müssen jetzt irgendwie das Passo draus finden. Also, warte mal. Okay, ich Loser habe gerade nachgesehen. Die Zahlen sind auf dem Kopf. Also quasi 10, 90, 80. Und man soll aber unten anfangen. Das heißt, wenn 10 oben ist, dann müssen wir 60 nehmen. Also 10, also 60. 90 wäre 40. 60, 40, 80. 60, 40, 30. Versuchen wir es mal. 60. Aber schon zu weit. Ah, 60. 40, 30. Also nochmal. Oh, es ist rückwärts. Es ist, äh... Es ist wahrscheinlich rückwärts. Es ist 80, 90, 10. Also, 80, 90, 10. Ah, alles klar. Ah, der Schlüssel für Station 3. Sonst noch was? Nein. So, jetzt... Macht euch bereit, weil wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas. Und die Olle wird kommen. Deswegen wir hier die Abkürzung geben müssen. Ich nehme sie einfach. Just in case irgendjemand kommt. Ich bin jetzt etwas überrascht, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, es kommt. Ja, ist ja richtig Horror hier. Keine Ahnung was. Hä, ich habe doch den Schlüssel für... Ich wollte schon sagen. Ich habe doch den Schlüssel für 3. Jane? Jane! Jane! Ist das Jane, folge sie. Ich habe übrigens eine Theorie. Ich glaube, dass wir vielleicht diese Schülerin irgendwie verfolgt haben oder gestalkt haben. Dass wir quasi den, ähm... Ja, dieses, dieses, äh... Dieses, äh... Dieses, äh... Liebesfluch auf sie gelegt haben. Was ist das? Ivory? Äh... Hier, Stoßzähne von den, ähm... Elfenbeinen. Ähm... Äh... Erst die Theorie. Ich glaube, dass wir vielleicht, äh, dieses Schülerin irgendwie gestalkt haben und diesen Fluch auf sie gelegt haben und dann vielleicht sie umgebracht haben oder sowas. Unsere Frau hat es rausgekriegt, irgendwie sowas. Unsere Frau umgebracht oder was weiß ich. Äh... Was steht da? Also, ähm... Basierend auf beiden, Thai und fremden Glauben, Elfenbein ist als Symbol von Autorität, Reinheit und, ähm... Irgendwas angesehen, äh... Die Thais Glauben, ähm... Es entscheidet sich, wenn man, wenn man, ähm... Also, thailändische Bräuche unterscheiden sich, wenn es dazu kommt, dass man Elfenbein besitzt. Ähm... Der Glaube ist, dass Thai-Elfenbein, ähm... Wie ein heiliger Geist ist, der dich beschützt. Ähm... Es war damals sehr beliebt, ähm... Das Elfenbein in eine Kirche oder einen Tempel zum Verehren zu packen. Es war auch beliebt, ähm... Thai-Elfenbein, ähm... Einem Herrn als Geschenk zu geben, äh... Als, ja... Als Wiedergutmachung, dass er geholfen hat und die Feinde besiegt hat oder irgendwie sowas. Heutzutage ist es nur als Dekoration benutzt, äh... Auf dem Altar oder in Wohnzimmern, ähm... Oder, oder es ist irgendwie, Juwelen sind rein graviert oder wird als Talisman benutzt, ähm... Weil, ähm... Elfenbein sehr, ähm... Ja... Sehr begehrt ist, sind viele Elefanten in Afrika, Asien und anderen Regionen, äh... Für, für ihre Zähne gejagt. Ähm... Thailand und viele andere, äh, äh... Länder, äh... Haben, äh... Dafür gesorgt, dass, äh... Die Jagd auf Elfenbein illegal ist. Ja. Dit wissen wir eigentlich. Aber er hat natürlich Elfenbein. Ich glaube, du darfst auch gar nicht mehr Elfenbein besitzen. Das wird, glaube ich, vernichtet, wenn du es irgendwo mitbringst. Bringen würdest aus Thailand oder so. Aha. Mr. Pichai Manapaiyabun. Das ist der Rocker, ne? Der wurde festgenommen. 78 geboren. Mhm, mhm, mhm. Ähm... Ist ein Verdächtiger in vielen Überfällen. Ähm... Ein Mitglied einer Motorrad, äh... Diebesgang in Jaso Thorn und umgebenden Gebieten. Es gibt außerdem, äh... Illegale Rennen auf dem Highway und brutale Raubüberfälle. Ähm... Eine Quelle, äh... Hat berichtet, dass er in, äh... Verschiedene Delikte von, ähm... Autodiebstahl und mit anderen lokalen Gangstern ist. Verbündet ist. Naja. Vielleicht hat er auch das Mädchen umgebracht. Fragen über Fragen. Ah ja. Die Motorraddieb Gang. Der... Der Capture Plan. Also wie man sie fängt. Aha. Aha. Ja, erst das, dann das, ne? Dann machst du den und dann zum Schluss alle Platz. So. Ah ja. Wir sind auf der anderen Seite. Mussten wir noch was machen? Wir sind auf der anderen Seite. Wir sind auf der anderen Seite. Wir sind auf der anderen Seite. Okay. Er ist irgendwie abgehauen und auf der Flucht ist er in einen Stock gerannt mit seinem Auge und war tot. Und man soll sich melden, wenn man noch irgendwas Verdächtiges sieht. Oh, hier wird aber hart gebaut, wa? Aber Hauptsache die Eische-Tür ist schon drin. Eische. Das war rustikal. Ach, guck mal. Aha. Aha. Wir müssen den Kram benutzen, um da unten was hochzuheben. Aber wir brauchen bestimmt Strom, ne? Ach, und dann müssen wir das Ding da dran machen. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe, wohin die Reise geht. Die Polizeistation wird noch gebaut. Was haben wir hier? Ein Foto. Aha. Ein Teil eines mysteriösen Fotos. Hallo. Wie sieht es da draußen aus? Oh, oh Gott. Sehr, sehr gut. Das kam unerwartet. Hallo. Ah ja, da kommen wir wieder runter. Ach so, wir kommen in den dritten Flur. Hierzu? Ah, zu. Und jetzt muss ich mal eben gucken, wie wir da hinkommen. Hatten wir das schon? Das hatten wir noch nicht. Tagebuch. Äh, Vorderseite. Ähm. Hier ist mal, wenn ich mich hinlege, erwische ich mich selbst dabei, dass, ähm, in diesem seltsamen Ort immer und wieder, wieder, finde ich mich da wieder. Ich habe rausgefunden, dass Schlaftabletten vielleicht mir helfen, durch die Nacht zu kommen und mich von diesen, äh, schrecklichen Albträumen abhalten. Ähm, Rückseite. Es gibt bestimmt, äh, Ratten in diesem, in diesem, äh, Treppen, ja, in diesem Treppenschrank. Ähm, war das, wo der, wo der, wo der Krach herkam? Ähm. Falls, falls ihr da so weitermacht, endet ihr in einer Mausefalle, ich schwöre es. Okay, also die Ratten. Wenn die Ratten so weitermachen mit dem Krach. So. Ich wollte eigentlich gucken, wo ich jetzt diesen, äh... Da. Den Haken dran mache. Wir müssen also da rein, verstehe. Alles klar. Ich weiß nicht, warum die Asiaten immer ihre Möbel in die Treppe, ins Treppenhaus stellen, aber naja. Es ist irgendwie in jedem Asia-Horror-Game so. Schlechtes Omen. Ich hoffe, das bleibt bestehen. Also. Nicht, dass uns die Kiste noch auf den Dates fällt. Höhö. Oh, er ist wieder da. Grunzi. Hier rein. Ist keiner da. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Der ist aber auch penetrant, ne? Guck dir auch mal in die Richtung. Hui, Glück gehabt. Natürlich müssen wir hier auch noch her, ey. Ist das eigentlich dieser, dieser, äh, Jinx? Ich trau mich nicht. Der ist sehr schnell. Ups. Keiner da. Nein, hier ist keiner. Da hinten ist die Tür. Wir haben es gleich geschafft. Nichts wie weg hier. Huch, geschafft. Jetzt sind wir ja in diesem Holz. Oh Gott. Wuhu. Nein. So bist du doch offen. Hä? Kotzi? Bist du wieder da? Ja. Meine Frau. Robisto. Okay, Special Edition. Preta Inside Chapter 2. Ein Preta ist eine verlorene Sohle, Seh-Sohle. Die in einer, ähm, äh, in einer Folter von seinem Sünden feststeckt. Ähm, der Hunger und der Durst, äh, 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 macht, dass er schmerzvoll schreit. Äh, äh, die ganze Nacht. Äh, und gruselig, die ganze Nacht. Ähm, äh, dass man ihm Essen anbietet, ist der einzige Weg, äh, einem Wanderen Preta zu beruhigen. Aha. Ähm, setzt sein Angebot auf einem Tisch mit einer, einer farbfrohen, äh, ja, Tischdekoration und einer, äh, geleuchteten, du hast Scented Incense. Das ist vielleicht so eine Art Kerze. Also, erstens, Essen auf den Tisch legen, äh, Scented Stick on the, one of the tableware. Achso, das ist vielleicht ein Räucherstäbchen. Und beleuchten. Okay, wir brauchen Essen. Wir brauchen einen bunten Tisch. Hier ist wieder der Faden. Kommen wir da drunter her? Hm, ich finde einmal den Weg, den Petra zu beruhigen. Ah, Streichhölzer. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch was farbenfrohes und, äh, Essen. Oh, wo sollen wir das herkriegen? Einmal McDonalds anrufen, bitte. Ja, Pizza Service. Wo guckt denn der so hin? Ah ja, müssen wir noch mehr finden. Gibt's noch mehr. Da müssen wir auf jeden Fall noch was ablegen. Oh. Keiner da. Keine Ahnung, wo wir hier noch was zu essen finden sollen. Nehmen wir doch nicht alle Dinger weg hier. Tür zu machen. Hier hinten ist bestimmt Essen. Irgendwo hier ist bestimmt was zu futtern, ne? Hier, lecker Bier für den Dingens, für den Petra. Ah ja. Es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Soll es ein Witz sein. Was ist hier? Wir brauchen einen Hammer oder so. Wir brauchen einen Schlüssel. Ist da ein Essen drin? Tiefkühlpizza. Ah, da sind diese... Ah, okay. Da sind diese Räucherstäbchen, sind da drin. Okay, wir müssen also einen Hammer oder sowas finden. Oh Gott, das wird schwer. Challenging. Der klaut alles. Ist ja gemein. Ah, da ist was. Ein Schlüssel? Ah, da, da, da. Aber wo finden wir was zu essen? Ich gehe erstmal zu diesem Schrank da. Mal sehen. Ja, wir brauchen... Ah ja. Räucherstäbchen. Sehr gut. Was macht der da? Ich denke mal, wir müssen da irgendwie hin. Wir müssen dann einen Hammer finden. Aber warum kriegen wir das nicht auf? Okay. Ach, vielleicht ist auch hier irgendwo der Hammer. Da oben ist eine Werkzeugkiste. Ach, was? Ach, guck mal. Schraubenzieher. Ernsthaft? Okay. Gerne. Bitte, danke. Sollte reichen für ihn anfangen. Sollte reichen für ihn anfangen. Du siehst ja echt böse aus. Okay, wir müssen noch was zu essen. Da hinten liegt noch was. Und da leuchtet auch noch was. Also könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht da hin müssen. Da, wo es leuchtet. Und da hat es auch geleuchtet. Vielleicht hier. Dankeschön. Na, nimm es doch schon. Oh Gott, ist das nicht mehr. Okay. Jetzt aber. Ha. Wir haben es besänftigt mit einem kleinen Kuchen. Hm, das schmeckt dir, oh. Habe ich extra für dich gemacht. Und tschüss. Schau ich's bester. Huh, Glück gehabt. Was für ein Rätsel, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Vielfraß. Echt, ey. So, was haben wir hier? Illegales Rennen. Ende mit einer, äh. Mit einem Stahlrohr durch ein Auge. Okay. Das war also kein Stock, sondern ein Stahlrohr. Äh. 2 Uhr morgens. Um 2 Uhr morgens heute Nacht. Ähm, wurde die, ähm, ähm, wurde die, ja, Sotorn-Police, äh, dazu gezwungen, ähm, illegal, ein illegales Rennen über den, ja, Sotorn-Harway zu unterbrechen, oder so. Ähm, der Fang wurde Teil, äh, der, von einer Flucht, von der Szene. Einer von den Flüchtigen ist Mr. Pichai Mandapodabun, ähm, der mit einem Stahlrohr durch sein linkes Auge, ähm, durch den Schädel, äh, geendet ist, als er, ähm, ach so, in einen Truck geknallt ist. Okay. Mr. Pichai, oder Tee, war der Hauptverdächtige in vielen Motorraddiebesfällen und, äh, die, ähm, ähm, die Polizei sammelt gerade alle Beweise für weitere Untersuchungen zusammen. Ähm, der Körper von Mr. Pichai wurde zu seiner Familie, äh, äh, geschickt, ähm, damit sie sehr bald, ähm, mit der, mit der Beerdigung, ja, die Beerdigung machen können, ne, die Beerdigung durchführen können. So, ist der, wo soll ich das wissen? Ist der jetzt weg? Haben wir jetzt ein bisschen Ruhe hier? Janis Hair, Fine Hair. Okay, da kommen wir nicht rein. Das lacht mich doch so an, da vorne. Ein Buddha. Oder so. Ist das ein Buddha? Sieht aber wie ein Creepy Buddha aus. Irgendwie. Ein Brief. Können wir da auch her? Können wir auch, aber erstmal den Brief. Okay, Tagebuch. Ähm, ich bin schon wieder in der Nacht wach geworden. Nicht in meinem Schlafzimmer, aber eben mitten im Haus. Es sieht so aus, äh, dass ich nicht von meinen Sinnen zurückhalten kann. Äh, ich konnte nicht das Gefühl abschütteln, dass ich, ähm, von draußen vom Haus beobachtet werde. Es fühlte sich an, als ob jemand versucht, mich, äh, wie in einem Albtraum zu töten. Jane, Jane, was ist das? Warum, warum benimmst du dich so? Tja. Hm. Ja, der Husten ist immer noch, bei mir immer noch präsent, leider. Okay, da geht's nicht weiter. Ich dachte, so langsam kann ich mal ein paar Minuten sprechen, ohne, dass der Hustenreiz wieder kommt. Naja. Äh, man, ansonsten geht's mir gut. Also, keine Beunruhigung soweit. Ach, guck mal, wir kommen wieder ins Haus. Es ist wieder diese, dieses Ding ins Haus, hä? Ah, ist ja cool. Guck mal, nutzen wir die Pause. Und, hä? Nehmen wir ein Schlückchen des kalten Wässerchens. Auha. Ja, das ist, äh, ja. Schön wieder zu Hause. Jane muss immer noch da sein. Ich muss sie hier rausholen. Tja, nichts rum. Finde einen Weg, um Jane zu helfen. Jane Doe. Wie oft stelle ich das jetzt schon wieder auf hier? Boah, wo ist Jane? Das ist mir alles mit den roten Fäden. Haben wir hier nochmal einen Schlüssel irgendwo? Sorry, hab den Jumpscare verpasst. Jane ist auf jeden Fall des Kaufrausches. Verfallen. Oh, hier. Ein weiteres Foto. Können wir mal eben gucken? Was ist hier? Picture of a knife. Entschuldigung. Ich dachte, wo hat mir das Foto hier? Mysterious Photograph. Ah, verschiedene Teile. Okay. Ah, es ist collectible einfach nur. Also, es ist nicht so wichtig für die Story des Spiels. Achso, wir kommen nicht zurück, weil er jetzt zugefallen ist. Erstmal. Erstmal kommen wir nicht zurück. Ist auch erstmal gut so. Gehen wir in Janes Zimmer? Können wir nicht. Schlafzimmer. Hier sieht's ja aus, du. Könnte man mal ein bisschen aufräumen, ne? Ich dachte, draußen wäre was. Aber es ist nur meine eigene doofheit. Jetzt hast du gesagt. Lampe. Okay. Wieder ein Tagebuch vom 21. April 2013. Vorderseite. Letzte Nacht, als ich fast am Schlafen war, hörte ich Geräusche von unten. Meine ersten Gedanken waren Tim. Er war endlich zu Hause. Aber es war keiner da, als ich unten hingegangen bin. Ich war ziemlich sicher, dass ich... Ich weiß nicht, was burgled heißt, aber alles war an seinem Platz. Rückseite. Das Einzige, was meine Aufmerksamkeit erregt hat, war ein Gesicht. Äh, ein Bild von mir und Tim. Das ist umgefallen. Das ist auch umgefallen, selbst als ich zurückgebracht habe. So oft. Vielleicht ist der Rahmenhalter kaputt oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas mit Unglück zu tun hat. Nicht wahr? Ist doch ein Radio oder sowas. Das sind auf jeden Fall komische Geräusche da drin. Okay, guck mal mein Bild. Und ich habe mich noch lustig gemacht. Ich habe gesagt, das Bild ist immer wieder... Das Lichter immer wieder. Oh. Ein Countdown. Ein Countdown für was? Hier ist wieder das Klo. Welche Kinder lachen hier? 13? Das hat bis 13 runtergezählt. Und jetzt? Soll ich hier erstmal aufräumen? Das ist immer, wenn man nicht hinguckt, ja? Aber wann fällt das Bild um? Kann das von oben? Ich habe eine Tür gehört. Ich glaube, es war... Der Schrank stand da aber gerade noch nicht, oder? Ist das hier? Da ist Blut. Das ist, glaube ich, unten. Ja, ich komme ja schon. Die jagen hier einen echt hoch und runter. Komm mal, komm mal, komm mal. Okay. Die Blumen sollten unbedingt mal gegossen werden. Die Chakstumelat, die hier draußen stehen. Ich habe nicht verstanden, was der Typ am Telefon mir sagen wollte. Ich glaube, wir müssen wieder hochgehen, ne? Oh, hier ist was drauf. Das ist neu. Das Arbeitszimmer. Wir klicken uns hier durch die Notes, ne? So machen wir das jetzt. Okay, Janes Diary. Entschuldigung. Ich bin gerade zurück von einer speziellen Behandlung vom Rohen Saot. Unserem Lieblingsort, seit wir angefangen haben, uns zu daten. Einer der speziellen Tage, natürlich, weil Tim zum Senior-Techniker ernannt wurde. Es wärmt mein Herz, zu sehen, wie ambitioniert er war. Ambitious heißt vielleicht noch was anderes. Er hat was Tolles gemacht. Okay, ähm, 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 es fühlt sich, ähm, schwer an, äh, durch die Sachen, die er für mich getan hat. Ähm, Tim ist so beschäftigt mit seinem Job. Ich meine, sieh dich an, was auch immer. Es ist schon okay. Ich werde mein Bestes tun, äh, um ganz nach oben in meiner Karriere, auch auf der Karriere Leiter zu steigen. Äh, mein nächstes Buch ist, ähm, wird bestimmt ein Hit. Ah, sie ist Autorin. Okay, sie schreibt Bücher. A contact list of people that... Okay. Eine Liste von Leuten, wo Jane möglicherweise hingehen würde. Ach, das ist ihr Arbeitszimmer. Das ist ihr Arbeitszimmer, weil sie Bücher schreibt. Deswegen ist da auch immer wieder dasselbe Buch. Das ergibt alles Sinn. Gehen wir nochmal hoch. Möglicherweise ist ihr Zimmer... Ach nee, oben war doch eigentlich ihr Zimmer, oder? Das ist doch eigentlich ihr Zimmer. Tim! 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 Es ist in der Köln! Es ist genau da, Tim! Tim, es ist nichts da! In der Ecke? Okay, wir bleiben erstmal hier. Wo führt diese Tür hin? Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das Gruselmädchen hier die Jane ist. Oder ein anderes. Eigentlich müsste es ja die Schülerin sein. Und Jane ist keine Schülerin. Oh Gott! Das ist ja... Ja... Ah... Fuck! Oha! Ja, ich verstehe schon. Wir sollen in den Blutbrunnen springen, nicht wahr? Shit! Shit! Okay, gut, 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 gut. In der letzten Folge, ja, sind wir in der Dusche durch unser Blutloch geschwommen und sind jetzt hier gelandet. Wo auch immer wir sind, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Und haben immer noch zur Aufgabe, Jane zu finden. Mhm. Okay, gut. Ich habe ein paar Tage nicht aufgenommen, falls ihr es gemerkt habt. Deswegen gab es ein paar Tage keine Folgen. Möglicherweise wird das in nächster Zeit öfter passieren. Denn es gibt so viele Horror-Games, die jetzt gerade rauskommen und so. Und ich versuche natürlich alles irgendwie gleichzeitig zu bringen. Aber jetzt sind wir hier. Und ich freue mich, dass ihr auch wieder da seid. Und hier sieht es echt komisch aus. Äh... Oh Gott. Hey, das ist doch unsere... Freundin! War da eine... Eine Ratte? Ist die Tür gerade aufgegangen? Ist der Licht angegangen? Ich gehe mal weiter. Ich höre auf jeden Fall eine Ratte. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hallo? Hallo? Können wir uns hier wieder verstecken? Nee. Doch, doch. Doch. Okay. Falls die Böse kommt, können wir uns da verstecken. Super. Super. Wir haben genug Orte zum Verstecken. Ach nee, da können wir uns nicht verstecken. Schade. Die Türen sind echt komisch angeordnet. Hey, Baby. Äh... Okay. Hier geht es nicht weiter. It's a trap. Ah nee, hier geht es weiter. Ah ja. War das gerade auch schon so? Warte, was gibt... Das ist mir irgendwie nichts, dass es hier schon so viele Stellen gibt, wo man sich verstecken kann. Das ist mir nichts. Das, äh... Jetzt wird es gleich bestimmt laut. Oh, da kommt man hier wieder. Hä? Warum kann ich nicht rausgucken? Äh... Ich stehe auf dem Kopf. Äh... Hä? Sind wir wieder in der Polizeistation? Ja, das hat er gut erkannt hier. Das ist komplett anders. Jane! Jane, warte! Bitte! Jane! Achso, wir können da rein. Fuck! Fuck! Ach nee, wir können nicht da rein. Gut. Mich juckt es schon wieder in der Nase. Ja, der Husten ist weg. Aber die Nase kitzelt. Man kann nicht alles haben, nicht wahr? Okay. Runter geht es nicht. Gehen wir mal umgucken. Aufwärts ist mir sowieso lieber. Ah ja. Okay. Hey, Chuck. Alles klar. Hast du ihr verrückte Geistermädchen gesehen? Ich hoffe nicht. Ich höre es schon wieder knacken. Habt ihr es auch gehört? Definitiv höre ich es knacken. Alter! Das ist das Teppichmesser übrigens. Was? Was? Axialic Acid? Säure? Aber wir brauchen einen Schlüssel dafür. Habe ich was in der Ecke gehört? Oh, hallo. Hi, mein Freund. Was machst du denn hier vor der Tür? Können wir die aufmachen? Nee, können wir nicht. Okay. Schrank zu verstecken. Ist das nicht der, den wir beim Kacken erwischt haben? Der müsste da vorne stehen. Er steht da immer noch. Okay. Wie schleichen wir uns an dem vorbei? Wäre vielleicht nicht so gut, wenn er uns sehen würde. Der hat keine fucking Beine. Alles cool, Bro. Brecht dir nicht die Füße für mich. Ich bin schon weg. Ah ja. Irgendeine Art einer chemischen Formel. Äh, Oxalic, Wasser, Rust. Rost, Wasser und Oxalic. S-Solid. Ich denke mal, wir können damit, ähm... Ah, einen Schlüssel. Ah, was haben wir hier? Einen Schlüssel, um einen Chemieschrank zu öffnen. Äh, wie konnte man nochmal nehmen? Kuh. Und? Ach so. Alles klar. Ich muss das zusammen mischen. Ach, verdammte Scheiße. Okay, ich muss wieder zurück. Natürlich ist er weg. Oh Gott. Schuss. Geht da rein. Nein. Keiner da. Keiner da. Keiner da. Geil, jetzt müssen wir uns auch noch nach unten verstecken, wenn die Schränke kaputt sind. Oh Gott. Der knackt auch so wie die Olle. Es ist die Olle mit ihrem Teppichmesser. Lecko mio. Ah. Keiner da. Keiner da. Das ist... Ja, scheiße, ey. Das ist echt scheiße. Wo kann er nur hin sein? Okay, das heißt, wir müssen... Da noch die Augen, ey. Wie konnte sie uns denn sehen? Oh, ich hasse das. Ne? Das sind diese Chase-Szenen, die ich so hasse. Du hast eigentlich nicht wirklich eine Chance. Ich glaube, wir müssen uns da vorne verstecken. Wie lange bleibt sie denn wohl da drin? Ah ja. Alles klar. Wieso kann sie die Tür öffnen und ich nicht? Das ist echt geil mit dem Knacken. Das sind wir... Ich habe das immer gehört. Und irgendjemand hat das in den Comments geschrieben. Okay, da können wir uns auch verstecken. Und der ist auch kaputt. Okay, da geht sie hin. Wo war der Schrank da? Wo war der Scheiß-Schrank? Oha. Lauf doch. Ich hasse das, weißt du? Ich hasse das wirklich. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wo sie ist. Na gut, ich könnte sie ein bisschen hören. Der schwierigste... Ah, da ist sie. Ich weiß nicht, ob sie uns hört oder ob sie... Wir sind hart verwundet. Können wir so schnell wegrennen? Ah, das ist doch... Das ist doch nicht zu fassen, ey. Wir müssten längst verblutet sein. Also, es ist total random. Du stehst einfach nur hinter ihr und auf einmal sieht sie dich. Das heißt, du musst wirklich komplett wegbleiben irgendwie, damit sie dich nicht verletzt. Und dann müssen wir gleich auch noch dieses Scheiß, dieses Chemikalie zusammenbauen. Und ich habe keine Ahnung, wo wir dann damit hingehen müssen. Das wird noch spannend. Das wird echt noch spannend. Also für euch. Für mich nicht. Baby, Baby, verpiss dich doch. Steck dir dein... Messer in dein Popoloch. Ich will nicht zurück zu dir. Da habe ich viel zu große vier. Die verarscht mich doch. Okay, sie geht da her. Ja, geht da rein. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich hoffe, sie hört mich nicht. Ah, ja, okay, also. Ich glaube, wir müssen das Schloss damit aufmachen. Können wir uns da verstecken? Da. Ja. Wo ist sie denn? Ich glaube, sie kommt wieder. Ah, sie geht da hinten raus. Geht aber da hinten raus. Das ist eine sehr gute Idee, my deal. Das ist eine sehr gute Idee. Sehr, sehr gut. Dann habe ich nämlich genug Zeit hier. Hoffe ich zumindest. Also wir brauchen Oxalic und Water. So. Roof. Was? Water. Keine Ahnung. Das andere. Ey, wie wechsle ich die denn? Ach so. Hä? Pur-Hydrochlor-Azid. Ich habe keine Ahnung, wie ich die hier auswähle. Pur-Water. Pur-Citrate-Azid. Ja? Mix-and-Test-Test-Solution. Hm. Wie heißt das? Oxalic. Oxalic-Azid. Water. Haben wir es jetzt? Mensch, was? Was? Water. Oxalic. Ich verstehe es nicht. Oxalic. Water. Rust. Solid. Liquid. Liquid. Ich glaube, sie kommt, hm? Das ist ja richtig kacke. Kommt sie wirklich hier rein? Kommt sie bis in die Ecke? Okay. Ah, sie geht wieder. Okay, also. Iodine. Water. Hydrochloric-Azid. Oxalic-Azid. Water. Eigentlich müsste diese Oxalic-Azid. Mix-and-Test. Oder packen wir jetzt noch mehr rein? Iodine. Keine Ahnung. Oxalic und Water steht da einfach nur. und Rust. Sollte eigentlich Rust vertreiben. Oder alles zusammen. Kann natürlich auch sein. Wir mischen einfach alles zusammen, was wir hier haben. Und das noch. So. Schlüssel da auch weg. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier zusammen mischen muss. Kein Plan. Okay, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Und irgendwo in der Tür muss ein rostiger Schlüssel stecken, den wir holen müssen. Und in dieser Lösung, die wir gerade schon eigentlich schon gut zusammengemischt haben, reinstecken müssen. Damit wir den in der Tür benutzen können, wo wir Jane gesehen haben. Hieß sie Jane? Ja, ich glaube schon. So, das müsste ungefähr die Lösung sein. So, das Problem ist, unser Sweetheart kommt ja gleich wieder. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns genau verstecken können. Am besten hier irgendwo. Geht sie weiter? Da. Ich glaube, sie bleibt immer stehen, wenn sie jemand vermutet. Ah, sieht ganz gut aus. Gut. Sie läuft also nur hier rum. Ah, ein Bild. Sehr schön. So, gehen wir nochmal gucken. Wo hier denn ein rostiger Schlüssel im Türschloss stecken könnte. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen und ich habe auch keinen Schlüssel mitgenommen. Aber es müsste dann hier irgendwo sein. Ah, ja. Ah, ja. Das musst du natürlich wissen, ne? Gut. Find a way to clean the rustic key to unlock the door. Also, einen Weg finden, den rostigen Schlüssel sauber zu machen, um die Tür zu öffnen. Muss sie drauf kommen, ja? Muss sie drauf kommen. So, mit etwas Glück hoppst sie noch nicht hier rum. Ich glaube aber, sie kommt gleich. Deswegen verpisse ich mich mal schnell hier in diesen Schrank. Der auch nicht kaputt ist. Deswegen dürfte sie uns hier eigentlich nicht sehen. Eigentlich. Aber wir lassen uns mal überraschen. Baby. Komm in meinen Schrank. Was wir hier machen können, ist krank. Wo ist sie denn jetzt? Die Schritte werden leiser. Okay, ich gehe raus und werde wahrscheinlich direkt... Jetzt bleibe ich doch. Bringt es was, abzuhauen? Au. Nein. Hat nichts gebracht. Oh nein. Musst du alles normal machen? Continue. Wie weit sind wir denn? Habe ich schon die Säure? Habe ich die Säure? Und habe ich den Schlüssel? Das wäre jetzt die Frage. Oh, wenn du schon Angst haben musst, ey. Wie gesagt, ich hasse solche Parts. Ich hasse sie wirklich. Ich hasse sie einfach nur. Und ich sehe gerade hier übersteuert alles. Das hasse ich auch. Okay, haben wir den Schlüssel rausgenommen? Ja, wir haben den Schlüssel. Oh, den haben wir vielleicht schon alles andere hingelegt. Vielleicht haben wir Glück. Ist der Schrank noch zu? Ne, wir haben es schon rausgeholt. Da ist jetzt aber der Typ wieder. Das ist ja interessant. Ich hoffe, wir haben keinen Bug hier. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Und das Oxalic steht hier schon. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber es sieht gut aus. Okay. Water. Oxalic. Und Vito. Ah ja. Okay. Ja, super. Das hat geklappt. School Building Key. Alles klar. Nehme ich mit. Okay. Das ist doch ziemlich verbuggt, ey. Wenn das ganze Spiel jetzt nur noch aus sowas besteht, ey. Dann, dann habe ich dir ehrlich gesagt. Kein Bock mehr drauf. Ich hoffe echt, dass sich das noch ändert. Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich weiß, wie seht ihr das? Mögt ihr sowas? Oder mögt ihr lieber so Horror, so gruselige Atmosphäre erkunden und sowas alles? Ist das eher so euer Ding? Macht ihr jetzt die Tür da hinten wieder auf? Oder müssen wir jetzt ihr jetzt quasi folgen? Wir folgen ihr mal. Und wir versuchen Sichtkontakt zu vermeiden. Dein fucking Ernst, ey. Warum geht's dir denn nicht ganz einfach ihren Gang weiter, die gute Dame? Wir haben doch alle unsere, äh, wie heißt es so schön? Genau. Unsere festen Wege. Ey, die kommt angerannt wie sonst was, aber sie verpisst sich wie eine Schnecke. Als ob sie 80 ist. Ich hasse dich. Genau, geh da her. Das ist eine gute Idee. Ja, weiter. Bitte weiter. Danke. Bitte danke. Sind wir dann schneller? Ne, wir sind, wir müssen daher. Das ist besser, wenn wir daher gehen. Die gute Dame wird ja nicht umdrehen, oder? Sie dreht zwar regelmäßig durch, aber sie wird ja nicht umdrehen. Versuchen wir es mal. Langsam und leise. Knick, knack. So, die Frage ist, geht sie wieder außen rum? Sieht so aus. Ja. Nein, lieber nicht, meine Liebe. So, mach's gut. Ich verpiss mich jetzt. Never see again. Oder wie das so schön heißt. So, ich hoffe, wir kommen ja jetzt unten rein. Ich hoffe, mein, äh, Mikro übersteuert nicht mehr so viel. Jetzt. Vielleicht übersteuert es auch gar nicht. Vielleicht ist die Anzeige nur Kaka. Wer weiß. So. Honey. I'm home. Findet Jane. Jane. Where are you? Well, jetzt kommt dieser Präterviech wieder, ey. Dann dreh ich am Rad. Oh, hier. Not? Ah, ja. Ähm. Okay. Vorderseite. Äh, Tim ist, kommt in letzter Zeit zu spät nach Hause? Die meiste Zeit, ähm, wenn ich schon schlafe. Äh. Äh, wie kannst du nur auf deine Familie Acht geben, wenn du so weitermachst? Ich weiß, äh, Geduld ist, was ich haben sollte. Tim sagte, er wird nächstes Jahr mehr flexibel mit seinem Job sein. Ähm, wir werden dann anfangen, eine liebevolle Familie zu gründen. Ah, das wäre so süß. Auf der Rückseite steht. Ähm, wir haben nicht viel geredet in letzter Zeit. Aber, ähm, er war wirklich die einzige Person, die, die wirklich mich angehört hat. Ähm, egal, worum es ging. Er, er hat mich immer unterstützt. Manchmal, ähm, war ich sehr genervt mit meinem Schreiben. Hä? Aber, er war da für mich. Ähm, und hat mir seine bescheuertsten Ideen gegeben. Aber, er war da. Nur das zählt. Okay. Rote Tafel ist rot. Jane? Jane? On air. A Broadcasting Room. Jane might be another building. Find a way to her. Okay, sie ist vielleicht in einem anderen Gebäude. Versuch sie zu finden. Dann schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ja, sie ist eigentlich so groß hier. Sie. Sie. Was? Wie ist die denn da durchgekommen? Okay. Ähm. Schüler, die keine Schlüssel, keine Schlüsselkarte haben, aber in den Laborraum müssen. Bitte kontaktieren Sie AJ. Ähm. Ähm. Was? In dem Lehrerzimmer im zweiten Flur. Okay. Zweiten Stock. Geh mal hier raus. Lehrerzimmer, zweiter Stock. Ah ja. Okay. Aufzug. Ah ja. Okay. Toilette. Soll ich jetzt wieder einen Witz über Regelblutung machen? Hab gehört, das kommt nicht so gut an. Oh. Aber hier wär's wirklich nötig gewesen. Scheiße. Okay. Da kann man auch rein. Ich hab ja echt Angst, aufs Klo zu gucken. Das ist so halb offen. Nach dem Jumpscare das letzte Mal oder vorletzte oder so. Okay. Können wir hier... Hier können wir nicht rein. Das ist ja irgendwie auch on air, ne? Da hinten war noch ne Tür. Hatte ich das richtige Erinnerung? Damit können wir nicht rein. Hier können wir noch her. Ah ja. Servus. Ist das denn eine Schule hier? Ich bin irgendwie verwirrt. Hier ist aber nix, oder? Ist das richtig? Hallo? Draußen? Draußen auch nix? Ach, hier ist ein Schrank. Okay. Wir merken uns, hier ist ein Schrank. Follow the blood für den Schrank. Komm nicht rein. Hier ist anscheinend auch on air. Das ist jetzt ne Radiostation. Da ist auch nix. Was sollen denn diese Blutspuren? Nur mich verwirren? Ah ja. Ah ja. war ja klar, dass du wieder hier bist. War ja klar, dass du wieder hier bist. Es wird so fucking klar. Das ist echt... Die kann einen nicht in Ruhe lassen, ne? Geht sie da rein? Ich will doch nur zum Aufzug. Ich habe schon wieder vergessen, wo der ist. Da vorne. Okay. Wir könnten hier drin warten, bis sie vorbeikommt. Da können wir auf gar keinen Fall rein. Da, jetzt kommt sie wieder. Wir sollten schon mal hier warten. Die sollte dann eigentlich... Kommt sie hier rein? Müssen wir runtergehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Die dürfte uns ja eigentlich hier nicht sehen, ne? Wahrscheinlich wird sich die blutigen Spuren... Gehen, wo? Hallo? Knack, 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 knack. Dreh mal deine Runde. Ich habe Zeit, ne? Wir haben alle Zeit. Alle Zeit der Welt. Können wir was trinken solange? Aber ich glaube, wenn sie rausgeht, dann geht sie links rum. Da hinten wäre auch noch ein Schrank gewesen. Da hätten wir die Tür vielleicht besser im Blick gehabt. Na gut. Aber so schaffen wir es auch. Wir müssen uns einfach auf unser Gehör verlassen hier, ne? Ja. Ja. Okay. Ich glaube, sie sind draußen. Das sieht ganz gut aus. Ja. Sehr gut. Guck mal da hinten im Raum. Ja, geh mal rein. Nein, hier ist nix. Alles gut. Alles gut. So, hier sieht es nach... Äh, oh, warte mal. Im Second Floor. Bim, bum. Wir sollen irgendwas im Second Floor finden. Oh. Ist da ein kleiner Gebetsschrein? Entschuldigung. Die Geräusche, ey. Seit wann wird auf dem Klo gebetet, ey? Geil. Schon wieder Spuren. Das heißt, sie wird auch wieder hier rumrennen. Wir sind nirgendwo sicher vor ihr. Uah. Wie finde ich hier jetzt das Lehrerzimmer, ey? Was steht hier? Ein Multipurpose Room. Ein Mehrzweckraum. Der Mehrzweckraum ist abgesperrt. Was haben wir hier? Steht da nicht. Hier wieder Blut. Viel Blut. Blut nix gut. Hey, hier ist wieder der rote Faden. Wo führt der hin? Er führt hier irgendwo hin. Was hat das mit dem roten Faden zu tun? Auch da brauchen wir einen Schlüssel für. Vielleicht müssen wir dem Faden in die Richtung folgen hier. Er folgt in viele Richtungen. Vielleicht ist das ihr Weg auch. Er geht hier rein. Das ist das Treppenhaus, ne? Hatten wir sonst noch Wege? Ich guck mal hier. Er geht hier in diesen Mehrzweckraum. Da haben wir aber auch keine Möglichkeit. Und halt hier lang. Ne, der führt einfach nur in den Mehrzweckraum. Hier ist er eigentlich nicht mehr. Ja. Gut. Gut. Wir kommen aber noch zurück, wenn wir wollen. Das ist doch nicht wahr. Sie könnte ja auch einfach den Scheißschrank mal aufmachen. Und dann wäre sie sicher, dass hier keiner drin ist. Ansonsten eigentlich ziemlich coole Mechanik soweit. Das mit dem Verstecken und so und dem Gucken finde ich ziemlich cool. Also wenn schon in Schränken, in Lockers, also in so Schulschränken verstecken, dann ist das auf jeden Fall bisher die beste Art und Weise, die ich je gesehen habe. Gut. Lag hier noch irgendwie was Nettes rum? Da hinten ist auch noch ein Schrank. Der ist sogar ganz zu. Weißen, wenn ich hier die Tür zu mache. Kommt sie denn hier rein? So ein Arschloch. Boah, wie soll ich denn hier rauskommen, ey? Wenn sie jetzt immer da hoch geht. Ist ja mega kacke. Sie soll mal zurückgehen. Irgendwie müssen wir doch da vorbeikommen. Sei denn, man schleicht sich irgendwie hier um diesen Tisch rum oder so. Aber das ist doch... Ah, das ist... Das ist halt so eine Art... Das mag ich überhaupt nicht. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob ich das Let's Play abbreche. Weil wenn das jetzt so weiter geht, wenn wir jetzt quasi nur permanent hier in diesen... Ich verstecke mich und warte 10 Stunden, dann ist das nix für mich. Fing eigentlich so gut an. Hey, Babe. Warum so blutig heute? Ich verstehe dich leider nicht so. Du stöhnst so laut. Hier können wir schon raus oder sie zu uns dann? Na, das war okay. Sie geht wieder da hoch. Vielleicht können wir uns so von Tür zu Tür hangeln oder so. Das ist doch nicht wahr. Wo ist der nur? Er ist auf einmal vor diesem Schrank verschwunden. Wie konnte mir die... Manchmal sieht die einen, weißt du? Und manchmal sieht die einen nicht. Und ich weiß nicht warum. Dabei habe ich doch genug Abstand gehalten, oder? Habe ich das nicht? Hä? Ich glaube, wir müssen es wirklich so machen. Das ist doch nicht wahr. Hier ist was. Da ist was, aber ich kann es nicht lesen. Es ist doch nicht wahr, oder? Geht sie wieder zurück? Bitte geh wieder zurück. Bisschen hier was an den Computer machen vielleicht? Ach ja. Ach du, scheiße. Quit. Register Card. Okay, quit. Was haben wir hier? Eins. Aha. Wir müssen... Okay, don't forget eins. Sechs. Okay. Okay. ID Card instruction. Insert your card in the machine. Insert your password. Swipe the card once the password is entered. Okay. August 1996. August 1996. Vielleicht ist das der Code. Income date 1.9.96. Passt das? Ich hänge gerade leider noch fest. Ich hänge gerade leider noch fest. Kommt sie jetzt wirklich hier rum? Oder sind wir in der Ecke sicher? Ich gehe mal aufs Ganze. Ich hoffe einfach, dass sie nicht hier hinkommt. So wie bei der Chemiesache. I want to see you too. Nicht. Ist sie weg? Nein. Aber sie geht wieder. Ich bin echt gruselig, ey. Das ist die schlimmste Stalkerin, die ich je hatte. So, also. Nochmal Code gucken. 1996 kann es schon mal nicht sein. Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich ist das der Zettel, der da zwischendurch irgendwo hing. Ah. Also, wir müssen wieder zurück. Das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. So mal. Wie können wir das denn eingeben? Ach so, hier. Nerv mich nicht. Ich muss nachdenken. Okay, mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was finden. Wahrscheinlich müssen wir jetzt jeden verfickten Rauch... Oh, der Müll. Ist doch zum Beinen. Ah. Oha. Wie soll man das denn schaffen? Ich bin wirklich genervt jetzt von dem Spiel. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich bin ja echt keiner, der oft aufgibt, ne? Aber ich glaube, wir werden hier Stunden festsitzen. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen. Wenn es genauso beschissen läuft, dann war es das mit dem Spiel. Ich habe keine Freude an dem Spiel. Gerade eben, äh, die Sache mit den Chemikalien war ja noch ganz okay. Einmal, danach hätte man wieder was anderes machen müssen. Nicht quasi dasselbe Spielprinzip jetzt noch mal hier. Ja, leck mich. Wahrscheinlich müssten wir hier was finden. Ein Foto. Schön, Quick-Style-Quick-Style-Events, ey. Was haben wir denn? Da haben wir was. Kommen wir hinten noch hin. Gibt es hier noch Türen? Sachen, wo wir den Code finden können. Jane's Diary. Wo kann ich denn die Note lesen von gerade? Dieses Foto. Oder war das hier? The Student Spirit. Newspaper. September 28. Ein Fotograf eines Trikots war, als ein Mönch versucht, eine besessene Frau zu retten. Okay, das war das. Wie zum Teufel sollen wir an den Code kommen? Hier sind nur fucking Klos. Wie sollen wir den Code finden? Der kann doch überall sein, oder? Enter your Code. Weißt du was? Ich guck mal eben. Ich guck eben im Internet nach. Awareness Memo. Da finden wir ihn hier. 1, 8, 3, 4, 7, 6. 8, 3, 4, 7. 1, äh. Vielleicht das hier. 1, 8, 3, 4, 7, 6. Versuchen wir das mal. 1, 8. Uah. 1, 8, 3. 1, 8, 3, 4, 7, 6. Okay. Teachers ID Card. Hat das geklappt? Ja, ich glaub schon. Ey, das war's wirklich. Der Code lag wirklich daneben. Jetzt müssen wir nur noch lebend hier rauskommen. Ich vermisse dich nicht. Verpiss dich bitte. Okay, wir müssen irgendwie lebend hier rauskommen. Gut. Ich geb dem Spiel noch eine Chance. Wenn wir jetzt es schaffen, hier lebend rauszukommen, ohne dass sie uns erwischt, dann ist das Spiel... Dann spielen wir es weiter. Aber auch nur unter der Bedingung, dass dann, äh... ...danach nicht mehr diese Szenen kommen. Ich will einfach nicht mehr, dass du noch... ...dass du mich noch nervst. So, nochmal eben ins Inventar gucken. Äh... Äh... ...da. Teachers ID Card. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich die richtige. Hat sie uns... Wo wird der Fahrstuhl? Hier. Was? Warum nicht? Ich muss doch zurück. Ah, ich muss ihn rufen. Wir waren auf Ebene 3, war das, ne? Ding Dong. So, Ebene... ...drei. Aber dann rennt sie wahrscheinlich wie immer noch da rum. Ach, Leute. Ach, Leute. Ach, Leute. Ding Dong. Da. Funktioniere bitte. Das hat funktioniert. Ist das so ein Verbindungsgang hier? Hier sind schon wieder die Fäden. Da ist was aufgebaut drin. Holy moly. Okay, mal eben hier gucken. Okay, da ist nichts. Ich hab... Was müssen wir überhaupt machen? Finde Jane. Ach so. Danke, Spiel. Oh. Hey, sieht schon alles irgendwie so nach Ritual aus. Hier können wir uns schon wieder verstecken und so. Hab ich's gerade schon wieder knacken hören? Alter, leck mich doch am Arsch. Was? Sentent Intense ist das Hauptwerkzeug, das in jedem religiösen Ritual verwendet wird. Ach so. Wahrscheinlich Duftkerzen. Indem man Duftkerzen anzündet in verschiedenen Mengen. Das wird verschiedene Ergebnisse erzielen. Wie auch immer. Falls eins ausgeht, meint das, dass der Geist auf dich übergegangen ist. Oder dich besessen hat. Aha. Müssen wir die wieder anzünden? Müssen wir jetzt wieder Duftkerzen finden? Räucherstäbchen. Dann ist sie wahrscheinlich besessen von irgendwas, ne? Sentence Intense. Incense. Sentent Incense. Sentence. Ein Stück von Dingsbums. Hi. Ist das der Wächter? Vielleicht müssen wir mehrere davon finden. Oh, ich hab grad einen Krampf im Arm. Zu viel versteckt. Ich glaube, wir müssen mehrere anzünden davon. Ah ja. Hier gehen wir die Fäden her. Die kann uns doch gar nicht gesehen haben, oder? Da? Das ist dein day there. Weg mit dir. Oh. 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 Okay, sie kann uns doch gesehen haben. Okay. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht von diesem Geist hier erwischen lassen, ne? Dieser, äh, dieses Dämon-Dingsbums, was da rumrennt. Gott, ist das anstrengend. Ah, okay, wir fangen wieder hier an. Schön. So, wie war das jetzt? Meine Tür auf, Tür zu. Da ist zu. Da war das Ding, wo wir es reinstecken müssen. Hier brauchen wir dieses Teil. Kamen wir da durch? Kamen wir, ja. So, das nochmal eben lesen. Ah, ich schätze, wir müssen jetzt noch was, äh. Ich schätze, wir müssen jetzt noch Streichhölzer finden oder so. Ich schätze, wir müssen jetzt noch was. Wir müssen da hinten durch. Ohne, dass die uns sieht. Ach, hier. Ach, da müssen wir auch was reinstecken. Aha. Gibt's hier eigentlich nur Chemieräume? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Tralalala. Hier ist keiner. Nein, nein, nein. Ich glaube, das Spiel und ich, wir werden keine Freunde mehr. Wenn ich, äh, 80 Prozent während des Spiels in so einem, äh, locker sitzen muss, dann ist das nicht unterhaltend. Vor allem, sie geht jetzt hin und geht zurück. Was soll ich machen? Soll ich jetzt zehn Stunden hier sitzen oder was? Soll ich mich hier einscheißen hier in diesem Locker? Das macht keinen Spaß. Ich weiß ja auch nicht, wann sie weg ist. Kann ich jetzt schon raustreten und dann sagt sie sofort, ah! Kein Plan. Ah, dann verschwindet der Dämon. Kann das sein? Ah, scheiße. Es ist auch voll dumm, dass man dann sofort tot ist und sich nicht mehr wehren kann. Ich guck mal, ich guck mal, ob wir jetzt einen Save-Point haben. Wenn wir jetzt wieder genau da anfangen, dann hab ich echt keine Lust mehr. Dieses, ich versteh's dann halt einfach nicht. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Also, ich weiß schon, was es will, aber ich weiß nicht, wie man da Spaß haben kann. Ich glaub, ich werd mir noch den zweiten Teil nicht mehr geben. Eigentlich wollte ich den ersten Teil spielen. Äh, damit ich den zweiten spielen kann. Oder wenn ich die Story weiß, weißt du? Aber es ist halt einfach, ah! Ah! Und dann diese Ladezeiten immer zwischen. Ja, guck mal, wir fangen direkt wieder hier an. Es ist doch zum Kotzen. Es ist doch einfach, es ist nicht schön. So, das dahin. Ist der Geist dann weg? Ey, geht einfach nur weg, ne? Wie sie flitzt, du. Aber keiner ist da. Dieser komische Dämon rennt da auch noch rum, wa? Dieser Wächter, oder was das ist. Ich check's einfach nicht. Wofür müssen wir dann diese, diese Kerzen beleuchten? Ein bisschen schneller, bitte, die Dame. Ich möchte heute auch nochmal fertig werden, hier. Ist doch einfach nur dumm, oder? Was ist das? Okay, ich schätze, wir müssen jetzt wirklich so lange hier stehen bleiben, bis die Dame endlich weitergegangen ist in ihrem Schneckentempo. Dahinten kommen wir nicht weiter, dieser komische Dämon. Ich glaube, der guckt auf dieses Ding, kann das sein? Ich habe doch nur rübergeguckt. Sie kommt übrigens nicht immer direkt hinterher gerannt. Scheinbar. Geht das dann so lange bis... Hallo! Hallihallo! Wir können auch in so einer todesbedrohlichen Situation nicht über diesen Schreibtisch klettern. Das ist unmöglich. Wir müssen unbedingt hier durch, wo die Olle ist. Das ist noch das Geilste. Das ist einfach so fernab der Realität. Das... Bei Outlast konntest du über solche Dinger springen. Das war geil! Ich glaube, es ist weg. Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Eigentlich müsste ich es ja weiterspielen. Einfach, dass sie genauso leiden müsste wie ich. Ne? Sieht immer alles so schön aus. So, so saubere Videos, ne? Wenn andere das aufnehmen und viel cutten, könnte ich jetzt auch wieder machen. Viel cutten. Aber sieht halt... Kommt sie jetzt zurück? Ich hoffe nicht. Ich hab dann halt einfach die Schnauze voll. Können wir da noch her? Nein. Sie kommt wahrscheinlich eh zurück. Ja, ich hätte das Ding nicht nehmen müssen, ne? Ich weiß, ich weiß. Weißt du was? Das war's. Äh, fick dich Spiel. Es tut mir leid für euch. Guckt's euch woanders an. Ich hab da keinen Bock drauf. Es sind jetzt noch so viele Spiele rausgekommen. Ich, ähm, will lieber was anderes spielen. Vielleicht machen wir es irgendwann mal weiter. Aber ganz ehrlich, das war's. Ich kann mir das nicht mehr geben. Okay, continue. Ja, wir sehen auch Spiel, nicht wahr? Wir sehen auch Spiel. Gut, wir spielen jetzt weiter. Wie gesagt, für Leute, die jetzt neu dazu sind. Ich hab's schon mal angefangen im Let's Play auf dem YouTube-Channel. Aber nicht weitergemacht. Deswegen, äh... Ach, du Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt leicht raus. Ich weiß nur, dass ich an der Stelle nicht weiterkam. Deswegen versuchen wir mal unser Glück. Aber ich hab eine neue Tastatur, eine Gaming-Tastatur. Silent, Silent Gaming-Tastatur. Hab ich mir gegönnt, Alter. Ich hab' ich voll die Gönnung. Ich finde Jane. Jane, naja. Jane, mal wieder das alte Problem. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was hier... Ach ja, diesen Viechern hier, die durfte man ja nicht in den Weg laufen, ne? Ich glaub, wir mussten, äh, Kerzen... Diese Kerzendinger mussten wir, glaub ich, irgendwo... Mussten wir irgendwas machen, ne? War war das so? Gucke gerade auf Netflix. Uh, äh, was? Endlich spielst du wieder Home-Street-Town. Das... Ries... Das ist immer diese... Diese... Solche Spiele, dass die immer gut ankommen. Ihr wollt einen nur Leiden sehen. Warte mal, ich musste drucken, ne? Dass der Honk uns nicht sieht hier. So, was war das? Description? Tab? Äh, was? Sentence is the main tool used in every religious ritual. Ich glaub, das sind diese Räucherkerzen. Das ist das Hauptwerkzeug, das in jedem religiösen Ritual verwendet werden. Wenn man das, äh, Räucherstäbchen, äh, in verschiedenen Mengen, äh, anzündet, dann wird es, äh, in verschiedenen Ergebnissen, äh, erreichen, oder sowas. Wie auch immer, falls eins angezündet ist, bedeutet das, ähm... Ähm... Äh, a mean to summon, irgendwas Gemeines zu irgendwelchen Geistern. Those who... Keine Ahnung. Zack. Können wir das anzünden? Direkt? Ist jetzt... Ist jetzt angezündet? Ach ja, die... Uh, uh. Keiner da. Nobody here. Immer noch keiner da. Du siehst mich nicht. Ich existiere gar nicht. Ich hab auch kein Licht. Ich glaub, wir mussten da hinten durch, ne? Ich weiß nur, dass... Diese Stelle war hier so mega schwierig, weil die einen sofort gekriegt hat. Mehr weiß ich leider auch nicht mehr. Dieser dumme Geist steht jetzt da hinten. Tch. Da hört man das Teppichmesser. Genau. So, die rannt ja jetzt da hinten irgendwo rum. Aber dieser komische Geist ist auch wieder da. Ich versteh das Spiel kein Stück. Ich versteh's einfach nicht. Ich weiß nicht, ob der einen auch nur sehen kann, wenn man quasi in diesem roten Leuchtestrahl ist, oder wie das ist. Die Klicker aus Last of Us, ja. Da war Last of Us aber doch einfach. Das Klickern. Ich weiß, sie rennt hier rum. Ich weiß auch... Ah, ich... Warte mal, ich... Da müssen wir es reinstecken. Uh. Da kommt sie nämlich an. Guck mal, da hinten. Ich weiß nur nicht, wann sie einen sieht, aber ich glaube, sie sieht einen ziemlich schnell. Gut, jetzt sieht sie einen nicht. Diese Geister sehen einen auch ziemlich schnell. Da, sie geht wieder. Ich glaube, hier lag so ein Ding. Ja, nehmt mit. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt auch hierher kommt. Guck nicht so. Guck weg. So, da reingesteckt. Ich weiß jetzt nur nicht, was das bringen soll. Oh, oh. Jetzt kommt er wieder. Er rennt da zu dem Ding, oder was? Er hängt auf jeden Fall an dem Ding rum. Aber sieht er mich jetzt noch? Das ist die Frage. Hätte ich jetzt vorher weggehen müssen? Ich weiß es nicht. Die Stelle war echt schwer. Ja. So, warte. Da kommt sie wieder. Ich lasse sie erst gehen, bevor ich gehe. Alles in allem müssen wir diesen roten Fäden folgen, die hier immer durchs Level hängen. Das habe ich schon verstanden, soweit. Das habe ich schon verstanden, ne? So, sie geht wieder. Jetzt versuch das mal. Ja, der scheint von den Dingern abgelenkt zu sein. So, sie kommen jetzt gleich da lang. Jetzt geht sie wieder. Ich glaube, wir konnten hier noch was anderes finden, oder so? Kann ich die Tür zumachen? Nur auf. Kommt die hier rein? Ich weiß es gar nicht. Kann ich da noch lang? Was muss ich da tun? Ach, ich brauche einen Schlüssel. Wo kriege ich denn den Schlüssel her? Der riecht an den Duftstärbchen, dass du ganz schnell vorbeilaufen kannst. Ah ja. Weiß einer, wo ich den Schlüssel finde? Muss ich da hinten vielleicht noch irgendwo hin? Da geht sie auf jeden Fall. Ach, guck mal, hier kann man auch noch hin. Ah! Ich bin nicht da. Hey, das hat funktioniert. Man kann sich wirklich auf dem Klo verstecken. Das ist ja ein Ding. Was? Bei dem Geräusch, der man riechen macht, bin ich mir nicht sicher, ob es beim Riechen bleibt. Das ist, glaube ich, äh... Das ist, glaube ich, das, äh... Das ist sie, glaube ich. Liegt hier vielleicht ein Schlüssel rum, oder so? Da ist zumindest ein Tisch. Oh, sie geht wieder. Ah, ich muss in die Richtung. Ich muss warten, bis sie weg ist. Geht sie noch links rein? Ich glaube schon, ne? Keiner da. Ah, ha? Die Hand greift immer noch so durch die Tür. Aber letztendlich weiß sie einfach nicht, wo ich bin. Das heilige, stille Örtchen, ja. Selbst die hat Respekt vorm Kacken. Kacken retten. Ja, da steht es schon, ne? Genauso doof wie ich. Oh, okay. Ich denke, wir müssen einfach geradeaus. Und irgendwie... ...einen Schlüssel finden. Sie müsste eigentlich gleich nach links gehen. Weil sie dreht sich... Ne, sie dreht sich um. Ne. Die müsste so drüber gucken. Das wäre mal ein Ding. Jetzt wisst ihr, warum ich das Let's Play abgebrochen habe. Das Spiel bestand eigentlich nur noch aus solchen Szenen. Wo du halt nur noch weggerannt bist, so. Und du letztendlich gar nicht mehr wusstest, was du überhaupt machen musstest. Außer wegrennen. Und dich irgendwo auf einem stillen Örtchen verstecken. Ah, jetzt ist es weg. Oh, nein. Eigentlich wollte ich doch... Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo... Ah. Ah. Okay. Weg mit dir. Weit rennen hier, ne? Oh, nicht. Wieso komme ich hier nirgendwo rein? Warte, die Tür. Hä? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Wo ist sie denn? Wett? Das verschwundene Mädchen wurde totgefunden. Am 3. Oktober hat sie den Körper von Mrs. Patra Rizakul in Klammern Bell gefunden. In einem Multipop, also im Mehrzweckraum, der in der Entwicklungsabteilung von Kanna-Jau-Universität lag. Was der Grund war, warum sie nicht gefunden wurde. Achso, er wurde irgendwie geschlossen, der Raum. Ähm, der, der unvermeidlich Beruch des Körpers führte zu dieser schrecklichen Entdeckung. Ähm, der Körper war immer noch in ihrer Uniform, getränkt in Blut. Es gibt keine Berichte, ähm, ob es ein Selbstmord oder ein Mord war. Aber es gibt eine Menge Nägel, die neben ihrem Körper gefunden wurden. Ähm, der Körper wurde zur, ähm, ich schätze mal zur Autopsie gesendet. Äh, ja. Wurde zur Autopsie gesendet und ich hoffe, wir werden den Grund ihres Todes herausfinden. Great. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig war jetzt hier. Sollte man hier jetzt nicht noch was finden? Irgendwas schönes? Schlüssel oder so? Ich habe immer Angst, dass es verbackt ist. Das kam ja auch immer voll. Sie möchte das nicht, dass du den Schlüssel findest. Blueberry, schönen guten Abend. Aber mehr gibt es ja auch nicht, ne? Ich weiß noch, wie ich diesen Schlüssel in der Tür vergessen habe. Ach, wir sind wieder woanders. Wir sind wieder in ihrem Apartment hier. Get out of this place. Ja, warum nicht, ne? Hier möchte ich auch nicht wohnen, du. Jetzt sind wir wieder in diesem Studentenwohnheim. Vor ganz am Anfang, ne? Ups. Quatsch, das doch. Müssen wir an der Tastatur gewöhnen. Sie kommt wieder. Von irgendwo. Das Crowbar. Nimm es doch. Aber da komme ich nicht durch. Das ist zu. Wir müssen noch was anderes aufmachen. Folgen wir mal den Linien. Ich habe keine Ahnung, wo die rumrennt. Wahrscheinlich kommt sie mir wieder direkt in die Arme gelaufen. Ah, wir müssen, ah, wir müssen die Bänder wegmachen. Ah, wenn alle Kerzen aus sind, wird die Tür sich öffnen. Ein Foto. War sie da? Ich habe eine Tür gehört. Hallo. Tschüss. Tschüss. Bleib fern. Hier ist keiner. Geh einfach wieder. Ah, wir müssen den Bändern folgen, ne? Gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, sie hört die Tür nicht. Riecht noch irgendwas? Oh, hier ist wieder so eine... Äh, der ist wieder so ein Läucherstäbchen. Keiner da. Das ist halt das Geile an dem Spiel, ne? Du wirst erkannt, aber du weißt nicht warum. Oh, man, die findet dich sofort. Continue. Und die Save Points waren so mega scheiße. Die waren richtig doof. Ich erinnere mich noch. Und alles nochmal. Get out of the place. So, wir holen uns erstmal das Crowbar. Ach, die Kerze müssen wir auch... Ach so, wir müssen zwei Kerzen ausmachen. Drei vielleicht. Wir mussten auf jeden Fall hier links in den Raum. Da war, glaube ich, die Kerze. Wenn man jetzt ihren Weg kennt, ne? Da, la, la, la. Scheiße. So. Defeated. Können wir da irgendwie rein? Wir können da nicht rein. Hier vielleicht? Hier findet sie mich niemals. Hinter dem Duschvorhang. Siehst du, sag ich doch. Dass so viele Leute das Spiel gut finden. Ich ver... I don't get it. Wirklich nicht. Das ist eine Qual für mich. Wirklich. Aber irgendwie will man es ja auch zu Ende bringen, ne? Das kommt auch dazu. Aber es ist auch eine Qual. Es ist eine Mischung. Es ist eine Hassliebe. So. Ja. Nehmen. Ausmachen. So. Warte. Sie geht weiter. Ich glaube, wir müssen sofort wieder zurück und in den nächsten Raum. Jetzt geht sie wieder zurück. Die dumme Pute. Ich weiß nicht, dass sie weitergeht. Oh. Ich werde übrigens nicht allzu lange streamen. So bis spätestens 0 Uhr. Weil ich morgen auch wieder früh raus muss. Nicht wegen Arbeit, aber wegen anderen Sachen. Deswegen wird es heute nicht so lange. Falls ihr euch fragt. Geh weiter. Weitergehen. Nein, hier ist niemand. Oh, ich würde so gerne irgendwie eine Ablenkung werfen oder so. Obwohl, wenn sie jetzt in diesen Raum hier vorne reingeht, ist das natürlich auch nicht schlecht. Sie kann bestimmt sehr gut Teppich hier zuschneiden. Renovierungsmeisterbetrieb Piengyeong oder so. Ja, hat Urlaub. Schau, ihr habt Urlaub. So, da muss ich eigentlich links rein. Da können wir nicht rein. Ich wusste es. Steck mich unterm Bett. Sie findet mich niemals hier. Sie ist leider am Teppich hängen geblieben. Ciao. Das ist gut. Schon gut. Ist cool, wie sie sich halt einfach wieder beruhigt, weißt du? Keine Frau der Welt würde so reagieren. So nach zwei Minuten. Ach ja, komm, habe ich vergessen. Was zwischen uns war. Sie geht. Sie geht da rein. Ich weiß gar nicht, ob sie meine Schritte hört. Oh, da ist sie. Da ist sie sauer. Da war nichts, ne? Da müssen wir noch rein. Natürlich ist dieser scheiß fucking Raum abgeschlossen. Wie komme ich? Ach so, wahrscheinlich durch den Raum, wo sie ist, ne? Komm ich in den Nebenraum. Damn. Ach. Herrlich. Was war das jetzt? Ich wurde quasi auf dem Weg in den Schrank erstochen. Tja, sie ist im Teppich hängen geblieben. Hättest du doch nur ein Werkzeug, um den Teppich zu beseitigen. Wahre Worte. Wahre Worte. Die Ironie dieses Spiels ist einfach unverkennbar. Das ist Gold. Gold ist das. Was ist eigentlich, wenn ich zuerst die Kerzen ausmache? Ah. Schnell. Hinter den rettenen Teppich. Mal sehen, ob es zweimal funktioniert. Ich liebe es, wenn dein Back zweimal funktioniert. Herrlich. Der Schutzteppich. Ne? Huch. Ah. Ich weiß auch nicht, warum man manchmal E drücken kann und manchmal nicht. So, komm. Lass mal einsperren. Ach, komm schon. Kommen wir hier rein? Ne. Gehst du rechts oder links? Rechts. Gut. Ich glaube, sie hat da... War das da, wo sie da quasi... Da muss es doch hier noch irgendwie eine Verbindung geben, oder? Ach, da ist was. Der Schlüssel. Nein, das Foto. Foto. Aber wie kommen wir denn jetzt in den anderen Raum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe da hinten vielleicht noch. Das ist auch so eine Art Tür. Ich meine, da ging es nicht weiter. Wir haben uns doch da versteckt. Ne, da kommt man nicht hin. Ne, ne. Kommt sie. Kann man so schwer von den Schritten... Kann man das nicht ausmachen. Hm. Der Teppich. You shall not pass. Genau. Keine gute Idee, zuerst die Kerzen auszumachen. Warum nicht? Teppich regelt. Hier muss es doch irgendwas geben. Hier ist noch eine Tür. Und ein Badezimmer. Und ein Fass. Wir können sie in dem Fass verstecken. Da kommen wir auf gar keinen Fall rein. Aber auch sonst haben wir keinen Weg da rein. Ich verstehe es nicht. Ich muss doch noch einen Weg da rein geben. Und da zwei. Und da müssen wir auf jeden Fall die letzten Kerzen loswerden. Ei, 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 ei. Geh da rein. Hier konnte man sich dummen. Ich habe vergessen, wie. Vor, zurück. Dann halt nicht. Hier ist sie rausgekommen aus dieser Blutlache. Weiß einer, wie man an den Schlüssel kommt? Zufällig? Oder irgendeinen anderen Weg? Ich habe keinen Anhaltspunkt. Wir waren doch jetzt eigentlich in jedem Raum. Nein, es gibt noch diesen einen. Es gibt noch diesen, äh, genau. Pass auf. Ich wollte, da ist, da ist ein Badezimmer. Da lag irgendwas noch drin. Aber ich weiß nicht, wo man da hinkam. Scheiße. Da kommst du, wenn die sich einmal entdeckt, da kommst du nicht weg. Ich weiß nicht, wie vorsichtig man da sein soll. Ich versuche mal zuerst, diesen Schlüssel zu kriegen oder so. Ist vielleicht, äh, eine Möglichkeit. So, wir müssen erst da lang. Und dann können sie. Ich könnte noch einige Versuche brauchen. Ey, sie hört uns auch. Definitiv. So, ich will jetzt mal in diesen scheiß Raum mit dem Schlüssel. Ich habe keinen Plan, wie man da reinkommt, weil man sah das zwar die Tür. hier irgendwie. Ach, mit dem Brecheisen. Verstehe. Das Foto haben wir schon. Wo kommt es zuerst? Rechts, links? Da machen wir es so. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es so. Guten Abend, Yuki-Time. Ist wieder Yuki-Time. Jetzt müsste sie eigentlich in den nächsten Raum gehen. Oder wieder zurück. Oder sie kommt in diesen Raum. Ist leider nicht immer so verhärtebar, wie sie ihre Runden dreht. Ja, da ist auch gut. Und dann müssen wir, glaube ich, nur noch zurück, ne? Ich weiß gar nicht, ob es das Licht auch sieht. Ah, ja. Sieht fast genauso aus hier, ne? Ich glaube, jetzt haben wir alle, ne? Oh, jetzt rennt sie da rum. Ab ins Fass. Hier ist keiner. Alles gut. Nein, ich komme garantiert nicht zurück zu dir. Ist das live? Ja, das ist live. Ja, ich hatte es angefangen. Ich spiele es jetzt weiter. Twitch ist auch immer live. So, ich glaube, sie ist weg. Bitte bleib auch weg. Okay. Sie geht. Können wir da noch irgendwo her? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ah, das ist unmöglich, dass sie da rechts oder links reingeht. Die geht natürlich bis nach ganz hinten. Aber jetzt kannst du nur warten, weil wir müssen genau dahin, wo die ist. Alter, die lässt sich aber auch Zeit, ey. Da müssen wir mal hier warten, bis sie vorbeigeht. Hauptsache nicht hier rein. Kann mich so halb erinnern, dass du dich nicht angetan warst von dem Spiel. Nee. Das fand ich nicht so geil. Oh, geh nicht, geh nicht. Nein, nein. Nein! Was machst du denn? Ja, ist auch gut. So kommen wir auch weg. Steuerung noch etwas verwirrt. Jetzt lauf zum Ausgang. Ah ja, das sieht gut aus. Gut, gut, gut. Da kommen wir raus. Und hier, die noch hier raus. Where is this place? Is Jane here? Okay, so. Kind schreit. Ich muss mal eben Pause machen. Wie gesagt, jetzt ein bisschen ruhiger. Ich werde näher kommen. Mein Sohn hat fünf Jahre nicht durchgeschlafen. Ja, mein erster Sohn auch nicht. Ich kenne das. Meine Tochter, die ist vier. Die kommt immer noch jede Nacht ins Bett. Zu uns. Du hast dein Gaming-Zimmer. Welcher Sohn wünscht sich nicht so ein Daddy? Naja. Mein Sohn spielt nicht sehr viel. Bisschen Pokémon auf der Switch oder so. Also der ältere. So, ganz ehrlich. Wenn die Olle jetzt hier wieder kommt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Gurken sind runtergefallen. Wenn die jetzt wieder hier rumrennt, dann... Das Spiel ist halt so scheiße geworden auf diesem Punkt, ne? Das tut mir echt leid. Wahrscheinlich wird sie jetzt hier rumrennen. Das ist schon eigentlich so... Der perfekte Ort hier. Dass sie jetzt gleich wieder kommt. Ich denke, wir müssen den Licht anwalten. Ah, der Kunstzimmer. Der Kunstraum. Der Kunstzimmer. Ja, alles klar. War da was? Die Fenster aufgeklappt. Kann man rausgucken? Nee, ich glaub nicht. Da sind auch noch Türen. Das ist gruselig hier mit den Figuren. Na, nicht wirklich, ne? So, wir müssen was finden. Was ist das? Ah, eine Puppe voll mit Nägeln. Let's take it. Keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Ich finde so Asia-Horror-Games, die sind auch immer sehr verwirrend. Mein Lieblingszimmer. Das hier? Oha. Raucherbein mit 19 Jahren. Das ist ja auch krass. Ich rauche ja nicht. Niemand von uns. Von daher. Hey, ne Runde Gitarre spielen? Ist mir hier zu ruhig. Zu künstlerisch. Ja, genau. Alles Gute für deinen Sohn. Auch von mir natürlich. Natürlich. Okay. Na ja, ein Raucherbein ist, da verengen sich die Arterien, ne? Wenn du vielleicht generell enge Arterien... Arterien? Heißt das so? Also Blutgefäße. Das Rauchen verschlimmert es ja quasi. Und wenn du vielleicht schon irgendwie genetisch veranlagt bist, eh, dass da eh alles ziemlich eng ist. Das erste mysteriöse Symbol. Soll ich jetzt auch noch hier Symbole finden, oder was? Oh Gott. Das Spiel hasst mich einfach. Beauty. Wir kommen aber nicht in... Ah, hier. Hier ist auch so ein mysteriöses Symbol. Passwort. Oh. Nein. Ach ja, Rätsel gab es ja auch noch in dem Spiel. Was? The Luxury Geist... ...bringt keine echte Affektion. Keine Ahnung. The Luxury Possessed by Disposed. Ähm, das Ziel wird von dem Geist besessen sein, der mit dem, äh, Matsch, äh, Lehm kam. Das Ziel wird eventuell seine Identität verlieren. Der Geist, ähm, wird dem Wandler folgen, bis zum Ende des Lebens vom Ziel. Weil nur eine kleine, ein kleiner Teil in großen Schmerzen enden wird. Sie werden immer zusammen sein. Ah, so eine, so eine verbundene Puppe haben wir da schon mal gefunden. Ah, ja. WS Change Paper. Ah, da können wir das drehen. Rotate. Ich schätze mal, wir müssen jetzt mehrere von diesen Papieren finden. Während sie hier rumrennt, im schlimmsten Fall. Da war ich noch nicht. Ist aber dasselbe Bild. Verrückt. Ein weiteres, mysteriöses Symbol. Und die mysteriösen Symbole werden uns vermutlich den Schlüssel zeigen, ne? Das Sounddesign finde ich mega gut, aber macht nervös. Ja, ich finde es auch sehr einseitig, ehrlich gesagt. Okay. Vorderseite. Ähm, so ist der Jane's Diary. Ähm, ein weiterer Tag, an dem ich nichts mache und drinnen bleibe. Tim hat mich angerufen und mir gesagt, ähm, er ist noch nicht fertig mit seinem Job. Ähm, heute auch, obwohl er versprochen hat, dass wir heute Abend ausgehen. Ähm, er muss selbst an seinem freien Tag arbeiten. Was zur Hölle soll das? Was ist mit unserem Tag, den wir zusammen haben? Rückseite. Ähm, ähm. Ich denke manchmal nach, ob es vielleicht, äh, ist, weil wegen mir. Äh, ich war niemals gut darin zu reden, so wie ich, ähm, im Schreiben gut bin. Ich habe herausgefunden, dass ich, ähm, etwas für ihn tun sollte, ihn anzubetteln, mehr für ihn da zu sein. Muss ich mich selber verändern, muss ich mich selber verändern, muss ich mich selber verändern für ihn. Ich, ähm, kann nicht, äh, über diesen Gedanken hinwegkommen. Sie wollte sich also verändern für ihn. Ich, ähm, äh, über diesen Gedanken. Und er ist nicht sicher. Also, man sollte sich niemals verändern. eine weitere mysteriöse note das haben die extra so gemacht damit man weglaufen muss ja wer weiß im raum mit dem tageslichtprojektor ich schätze mal wir kriegen jetzt den code hier ah ja lottet ah ja das sind die zahlen schätze ich mal das sah ja gut aus hier ne das ist auf jeden fall eine 5 9 3 9 5 3 versuchen wir das mal wie das ist es nicht das erste mal so ein rätsel auf annie blöse finde jane immer noch die türen knallen oh sie ist wieder da verdammt gehen wir erstmal in die richtung die schlüssel oder so da ist doch blut ah ja warum geht das nicht auf finde ein werkzeug da hinten ist ein loch äh was warte mal hier bin ich doch nicht hergekommen oder bin ich von der anderen seite reingegangen verwirrend ich bin nicht von der anderen seite hergekommen ah warte mal hier kann ich hier ist maximal verwirrend kann ich das wegschieben hier da liegt noch ein zettel oder so es ist sehr still ah da ist sie rausgekommen und äh da müssen wir hin schätze ich mal rechts oder links das ist hier die frage vielleichtvals hier wir bekommen ein wir огром wir diese the die wie wir Hier liegt bestimmt was am Schreibtisch Guck mal, blutiger Schrank Ich glaube, ich brauche mal wieder ein Brecheisen Wo muss ich hin? Aua Eieiei, warum spielst du das nochmal? Ich spiele es weiter, weil ich das Geld zu Ende spielen möchte Und weil ich gerade nichts zu tun habe Bis zu dem Moment, wo das Kind schrie Ach, wir sind hier schon wieder Was war das? Ich habe irgendein Geräusch gehört Kann sein, dass es mein Tablet war Das habe ich heute neu installiert Vielleicht ist der Sound noch an So, da kommt sie raus Und geht wohin? Darüber Können wir da raus? Natürlich nicht Hallihallo, meine Schöne Wie ducke ich mich nochmal? Ist auch egal Ducken wird total überbewertet Ducken wird total überbewertet Hey, ist noch eine Tür Oh, sie wird immer schneller Aber ich weiß nicht, wo ich hin soll Ich sehe keinen Platz zu verstecken hier Das ist das Problem Nirgendwo Ich frag mich gerade, was beim Spiel gut sein soll Das habe ich auch nicht verstanden Aber so viele sagen Das beste Horrorspiel der Welt Aber der Anfang ist durchaus besser Als der Rest Der Rest ist eher frustrierend Habe ich das Gefühl Ich denke, wir müssen irgendwas finden Um das Fach aufzukriegen Hier Wenn du weißt, wie die Olle läuft Und so Dann kannst du wahrscheinlich hier Direkt die Wege ablaufen Und wenn du weißt, was du machen musst Ich frage mich, wie sehr sie einen wirklich hört Vom Laufen her Wie kann die mich sehen? Ich verstehe manchmal echt nicht, wie die einen sehen kann Ich sehe die ja selber nicht So, kann man hier rein? Natürlich nicht Ah, warte mal Oh Gott Kann doch abhauen Keine Ahnung Wo muss ich denn hin? Zwei Drei Ach, wir sind auf vier Ich glaube nicht, dass ich das Brecheisen noch habe Hallo Ich glaube, ich war hier schon mal Kann das sein? Wie dieser Geist sitzt hier wieder auf dem Klo Hm Okay, da war ich schon Ich war hier schon mal Ich war hier definitiv schon mal Aber ich glaube nicht, dass ich hier noch was finden muss Oder da hinten muss rot leuchtet Vielleicht Hm Irgendwas mit dem Äh War das hier mit dem Computer? Strom Ach, hier habe ich den Strom angeschaltet Aber in welche Etage muss ich dann? Ich glaube, wir müssen doch auf vier bleiben Hm Hm Tja Vielleicht können wir auch einfach hier weg Da brauchen wir auch einen Schlüssel für, ne? Das ist eigentlich wieder so ein Spiel mit tausend Enden Ich glaube, wir haben hier nichts zu suchen Ich gehe mal nochmal zurück Auf Ebene vier was Können wir mal Ebene drei ausprobieren Die drei waren wir ja Gucken wir mal auf zwei Bleib auf der Etage Das ist so schön still Ja, genau Schreckliche Aufzüge Ah Bam Jetzt kommt sie wieder, oder was? Was habe ich denn Jane nur getan? Ich mag das überhaupt nicht Ich war hier auch schon Ich war hier schon Schulen haben irgendwie scheinbar auch so einen ganz besonderen Reiz für Asiaten Das ist auch immer wieder ein Ort in Horrorspielen, der immer wieder drin ist Hm Hier wieder nur Klos, ne? Wie auf jeder Etage Können wir hier noch gucken? Ja, die Bänder gehen auch hier noch her Wir könnten den Bändern folgen Zum Beispiel Oh Ein Schlüssel für Raum 11201 Ups Wett Heiliges Wasser ist eins Der heiligen Gegenstände Die gewöhnlich Leuten bekannt sind Es hat die Macht Alle möglichen bösen Arten zu verscheuchen Heiliges Wasser Muss bei heiligen Von heiligen Oder in heiligen Ritualen erzeugt werden Oder Hergestellt werden Wie auch immer Nur Reine Flüssigkeit Kann benutzt werden Falls es verseucht ist Mit dreckigen Substanzen wie Blut Oder Urin Wird es seine Heiligkeit Verlieren Okay Holy Water Und Holy Shit Wo, 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 wo Wo, wo, wo Oh Oho Ai Vachai Bitte Bitte decke den Suizidskandal auf Der Direktor will nicht mehr schlechte Aufmerksamkeit Wir waren in den großen Nachrichten letztens Nur wegen dem Tod einer Studentin Es muss nicht nochmal so sein Vielen Dank Hat sich vielleicht noch jemand umgebracht Keine Ahnung was hier passiert ist Oder wo ich jetzt heiliges Wasser herkriegen soll Aber ich glaube wir haben erstmal unsere Ruhe Kann das sein Ich folge mal den Bändern Ah der Schlüssel ist hierfür Ah Oh Aha Ja Rockkonzert Das wahre Böse Erstmal reinpissen Was Wir gehen irgendwo hin Wir kommen da und da her Hä Was meinst du mit hin und her Verstehe ich nicht was du meinst Oh da steht noch was Suchen Verstecken macht Spaß Bis das die Das Grauen fällt Oder so Dieser Spruch Bezieht sich auf einen versteckten Geist Wann auch immer Die Dunkelheit sich herbeischleicht Der versteckte Geist Wird dich in eine andere Dimension bringen Dies erklärt Warum viele Kinder verschwinden Wenn die Nacht erscheint Oha Ah Was zum Ein Schlüssel Wahlzimmerschlüssel Das ist total creepy Kann ich mich jetzt teleportieren Hm Da liegt etwas auf dem Tisch Oh ja Raum Nummer 811 Geht doch weg mit euren Schlüsseln ey Mit euren tausend Zahlen hier Na gut Wir gucken einfach mal Das ist zu Und da kann ich auch nicht aufschließen Ich hab keine Ahnung wo ich hier bin War ich hier schon mal? Das kommt mir bekannt vor Satit Ah hier Warte mal 8117 Ist das der Schlüssel? Ich glaub ich hab ein Inventar irgendwo ne? 8118 Dann muss 8118 doch in der Nähe sein oder? 8118 Wahrscheinlich weiter hinten Restroom keys haben wir hier auch 8118 Ah ja Also Wartezimmerschlüssel Oh Oh Da war einer aber wütend So Da ging nichts Hier ging aber was Nicht schon wieder Oha Hey das ist doch die aus dem zweiten Teil hier Ich geh erstmal Böse böse Ah da können wir uns verstecken Wo genau müssen wir hin? Das ist wieder so ein Geist Oh ja Bist du mir noch mehr von diesen Lichtern auspusten? Wo ist denn dein Schrank? Wo ist denn dein Schrank? So gemein Ich würde einfach nur in den Schrank fällen Hier Alles zum Bein Der Besuch ist endlich weg Ach Nighty Hi Wir quälen uns weiter hier durch HomeStreet Home Ich hoffe wir haben ein Safe Point Wo wir die Kerze ausgepustet haben Aber ich glaube nicht Ich glaube nicht Ah Es ist immer Du weißt nicht was du in dem Raum machen musst Wo du hin musst Was du überhaupt finden musst Oder kannst du dir tausendmal machen Ich fahre mich echt wie andere Wie andere das machen Ich weiß aber noch von Zeph Wie er sich da durchgequält hat So Wir haben das ja eigentlich ganz Ganz gut gemacht Wenn wir einfach durchgerannt sind Das hat soweit funktioniert Da mussten wir gleich was aufnehmen Oder nicht? Oder nicht? Ah hier konnte man sich verstecken Da muss ich mal gucken Wo diese Bänder hinführen Du musst jetzt weggucken Hier wird sie mich nie finden Ich bewundere deine Leidensfähigkeit Tja Es haben so viele getraut Dass ich aufgehört habe zu spielen Versteh das mal Hey ihr seid noch da Wir machen das jetzt zu Ende Wir lassen jetzt den Abend hier ausklingen Ich muss doch einen Trick geben Wie man hier möglichst schnell durchkommt Die macht mir Angst Oh Warte mal Vielleicht gibt es auch noch einen schnelleren Weg Hier irgendwo her Da müsste doch auch Müsste man doch auch irgendwo zu dieser Kerze kommen Ah hier ist auch ein Schrank Guck mal Guck mal weg No He's He's Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich bleib immer bis zum Schluss, ich weiß. Ich auch. Können wir jetzt wieder zurück? Ja, wo ist er denn? Ach, Vogue ist auch da. Hallöchen. Was siehst du mir beim Leiden zu? Aber irgendwie war es die einzige Kerze, die ich hier gefunden habe. Oh nein, schleicht. Der sagt dir bestimmt nicht, dass ich eigentlich in diesem Schrank bin. Siehst du? Keiner da. Das Spiel toppt alles, ja. Wieso geht das halt die ganze Zeit weiter, ne? Ich habe keinen Plan. Sind hier noch Bänder? Ich glaube, ich muss einfach wieder raus. Guck mal, ob sie jetzt rechts oder links. Da steht sie. Wenn es links rum geht, gehe ich außen rum. Ja, sie kommt da her. Das heißt, ich gehe hierher. Ich glaube, wir müssen wieder raus. Wir haben ja noch einen Restroom-Key. Da oben ist ein Brief oder so. Ich glaube, das ist alles, was wir hier machen mussten. Dämlichen Fäden, ey. Hier ist auch noch was? Ein Puzzleteil, ein Bild wieder. So. Ah ja. Alles cool mit den Händen. War ich hier schon? Hier war ich schon. Ich habe mal ein paar Punkte auf den Kopf gehauen. Punkte? Hier war ich noch nicht. Ich höre sie schon wieder. Ich höre sie schon wieder. Ich höre schon wieder das klackern, ey. Ich höre zu viel. Ah, guck mal hier. Ah, jetzt sind wir wieder in diesem Raum hier. Hä? Hä? Hi. Lalalala. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Hör mal schön, wo du bist. Ich hau ab. Finde das Emote? Ach so, was? Ach, Kanalpunkte. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich mit diesen ganzen Emotes und so, habe ich mich noch nicht beschäftigt. Oh. Muss ich gestehen. Können wir uns an dem vorbeischleichen? Das ist die rettende Toilette. Ich weiß nicht, was das mit den Punkten ist, mit den Kanalpunkten. Keine Ahnung. Sagt mir gar nichts. Ich habe keine Ahnung von Twitch. Oh, hier. Ah, noch ein Räucherstäbchen. Ah, verstehe. Dann können wir den von der Tür weglocken vielleicht. Möglicherweise. Dann kommen wir da raus. Ja. Sie geht erstmal. Aber wo, wo, wo packen wir das hin? Da. Man kann diese Kanalpunkte verwenden um ein zufälliges Emote. Das hast ja nur eins zu 24 Stunden. Oh. Hm. Cool. Ach, deswegen die... Ah. Das ist cool. Ja, ich, äh, arbeite an neuen Emotes. Da ist dann nämlich von der Tür weg. Und dann können wir bestimmt da her. Wenn sie sich auch verpisst. Aber da ist auch noch einer. Wahrscheinlich brauchen wir wieder ein Schloss-Ding für. Es ist doch nicht wahr. Er guckt jetzt schon mal da. Ach, da können wir auch noch was reinstecken. Da können wir ihn weglocken. Aber wo finden wir das? Was? Die Kanalpunkte sind relativ neu. Ja, wahrscheinlich schon. Geht mal, guck mal wieder darüber. Dankeschön. Okay, das war's. Ach, das ist scheiß. Ach. Rettende Toilette. Hm. Das ist ein Unterstützer für deinen Kanal. Damit können deine Schauerfamilie sein Emote, oder? Den Emote ändern. Aha. Welche Punkte bekommt man für's Zuschauen, oder auch am Raid teilnehmen? Ah, alles klar. Mensch, die denken sich ja immer wieder was Neues aus. Ach, guck mal hier. Ah, so können wir da rein und erlöschen dies hier. Sei vorsichtig, wenn du einen Jinx benutzt. Falls, ähm, äh, das Ziel, äh, darauf aufmerksam wird und es los wird, wird der Fluch auf dich selbst zurückfallen. Das Leiden wird größer sein und kann im Tod, ähm, enden. Aber wie komm ich an dem Knaben jetzt wieder vorbei hier? Ich hab jetzt überall diese Lichter ausgemacht von diesen Ketten. Wo muss ich jetzt wieder hin? Das ist jetzt die große Frage. Toll. Da kann ich noch was reinstecken. Ich bräuchte halt nochmal so ein, äh, so ein Räucherstäbchen. Hm. 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 Komm, jetzt ist doch egal hier. Ich muss ja auch zickzack laufen. Hm. Das ist das mit dem Räucherstäbchen, aber hier sind keine mehr. Sie hat mich bestimmt nicht gesehen. Ihre Augen. Es ist wirklich hart, ey. Welches Emote würdest du dir wünschen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir noch keine Gedanken zugemacht. Ach so. Alles normal. Natürlich. Warum auch nicht? Wär langweilig. Wenn man das jetzt gespeichert hätte, dass man da die Kerze schon ausgemacht hat, oder so. Wär langweilig, ne? Gibt's denn hier noch irgendwo so ein Räucherstäbchen rum, außer auf dem Klo? Wär langweilig. Wär langweilig. Schaui-Rib auf jeden Fall. Mit so Xen, ja, das wäre gut. Ich habe keinen Plan, ey. Ich bin auch schlecht im Hören von diesem Klackern. Ich kann nicht sagen, ob das von rechts oder von links kommt. Vor allem nicht so langsam, bis man dann nochmal irgendwie durchgekommen ist. Das dauert ja ewig. Schaui-Rib merke ich mir mal. So, sie geht jetzt da durch. Dann können wir die Abkürzung nehmen. Ja, die Verlängerung, meine ich. Ich glaube... Wo hat die mich denn jetzt gesehen? Ach da. Aber aufs Klo. Das ist doch nicht schön, ey. Ich hatte erst überlegt, Half-Life zu spielen. Irgendwas, wo ich halt Bock drauf habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Nur gut. Ach komm. Einmal versuche ich es noch. Ich habe mich durch so viele Spiele gequält. Für euch. Hier. Dingens. Conjuring House. Ich glaube, das ist immer noch... ...die größte Qual überhaupt. Ich glaube, sie kam jetzt erst mal, ne? Man kann natürlich auch nicht einfach hier drüber springen. Sie kommt natürlich auch direkt auf einen zu, erst mal. Und das ist aber der Weg, wo wir her müssen. Keine Chance. Hey, 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 hey. Ja, eine Selbstgeißelung. Genau. Ich weiß noch gar nicht, wie nah wir an sie rankommen können. Ohne, dass die uns sieht. Ein Schelm, wer sagt, dass es verbuggt ist. So, ich renne jetzt einfach durch bis zum Klo. Das müssten wir noch schaffen, oder? Manchmal gehen wir auch den Geist vorbei. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Das hat die jetzt überhaupt nicht interessiert, dass der Geist hier... ...meine Schnur nervt. Dass der Geist sie jetzt entdeckt hat. Ach, herrje. Du Arschgesicht. Bist schon wieder auf dem Weg zu mir. Ne, du gehst gerade. So, warte mal. Wo mussten wir denn... Bei dem konnten wir... Genau, hier. Können wir was reinstecken, damit der Geist von da vorne kommt. Und dann können wir das Ding erlöschen. So, der kommt jetzt. Vielleicht sollten wir ihm die Tür aufmachen. Ach, macht das schon. So, der mag das. Der mag dran riechen. War hier denn noch was? War hier was? Was bewacht er denn? Nur diese Tür da hinten? Was gibt's hier? Außer beschissene Klos. Wirklich nur dieses Ding. Und dann können wir, glaube ich, zurück. Jetzt haben wir drei gelöst. Und können dann durch die Tür. Ich schaue gerade alle möglichen noch nicht gesehenen Let's Plays. Und dann zack, strüht der. So bin ich halt. So, jetzt müssen wir halt auch wieder hierher zurück. Vielleicht ist hier doch noch irgendwo so ein Ding. Dann können wir nämlich da hinten her. Das wäre ein bisschen kürzer. Denke ich. Aber so geht's auch. Die müsste jetzt eigentlich rechts rum gehen, oder? Nein, sie geht natürlich da raus. Geht's dir gut? Ja, mir geht's. Jetzt kommt die wieder. Ich bleib's ja nicht. Oh. Ach, geschafft. Ja, es war Weihnachten, ne? Ich wünschte nicht zu kommen, wie immer. Ich komme ja nie zu was. Jetzt haben wir eigentlich alles erledigt. Glaub ich. Kommen wir jetzt in diese Tür rein? Oder was fehlt noch? Ja, sieht gut aus, ne? Ne, eins fehlt noch. Was fehlt denn noch? Was, was, was habe ich übersehen? Ich kapiere das Spiel null. Ich weiß, dass ich diese, diese Sachen für die Kerzen erlischen muss, aber ich verstehe es sonst einfach nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, in diesem Raum war ich auch. War ich doch, oder? Ja, war ich. Was, wenn wir nochmal da drauf gehen? Da landen wir hier. Und was, wenn wir nochmal da drauf gehen? Das ist einfach nur ein Kreislauf. Oh, hier liegt auch noch was. Ach. 11-306. Den hatte ich doch aufgenommen, aber bin ich gestorben. Wo war denn 11-306? Wo war 11-306? Auf dieser Ebene. Auf der Meta-Ebene. Steht denn hier so dran? 11-205. 11-202. 11-200. 11-300 müsste dann auf Ebene 3 sein. Ich schätze mal, wir müssen dann mit dem Fahrstuhl hochfahren, hm? So, wir sind nämlich auf 2, dann müssen wir auf 3. Du willst es nochmal wissen mit Home-Street-Home, ja? Ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es noch so lange geht. 11-306. Guck, hier sind nämlich auch noch Fäden. Und sie führen irgendwo hier rein. 11-304. 305-2. 303. 305-1. 302. 11-308-1. Äh? Wo ist denn 11-306? F-303? F-304? F-304? Da war ich doch auch schon drin, ne? F-306. Da war ich definitiv. Sie haben versucht, ihn selbst mal zu vertuschen. So, mit etwas Glück war das jetzt, äh... Shit! Oh! Hallo. Kommst du denn her? Mit etwas Glück war das jetzt der letzte Raum. Wuh! Was? Sweeney! Vielen Dank für den Sub! Willkommen in der Familie der... ...Suppten. Du kriegst jetzt einen Chuck. Die Tür ist frei. Ah ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Oh, ein Brief. Ein Tagebuch. Auf der Vorderstädte. Steht das. Äh... Ich bin losgegangen, einen Mönch zu sehen, der in dem, äh... Waldtempel sich niedergelassen hat. In Ratschaburi. Mein Freund Pan hat ihn, äh... einmal erwähnt. Oder erwähnt manchmal diesen Mönch. Äh... Sie sagt, ähm... Er hat etwas, das böse Geister abwehren kann. Oder... ...schlechte Energie. Böse Energie. Äh... Ich bin... ...traurig, als er abgelehnt hat, mir zu helfen. Äh... Er sagte, es wäre schlecht für seinen Karma. Es fühlte sich schlecht an, einfach nur zu wissen... Äh... Dass er sich komplett losgelöst hat von dieser temporären Welt. Und es war nicht länger seine Aufgabe oder sowas. Hm. Rückseite. Wie scroll ich denn hier? Ah ja. Ähm... Ich war einfach so gestresst. Ähm... Die Sachen haben mich einfach runtergezogen. Aber vielleicht habe ich immer noch ein bisschen Glück. Äh... Der Mönch hat mich einem Lehrling vorgestellt. Und, ähm... Der Lehrling hat mir eine Holzbox gegeben. Oder eine Holzkiste. Er sagte... Die... Das hier wäre meine... Mein... Mein Schutz. Ähm... Ähm... Und... Soll... Nicht, um... Um mich zu schaden oder sowas. Um mir Schaden zuzufügen. Hm. Gut übersetzt. Keine Ahnung. Abgefahrene Aktion. Was? Ich habe jetzt folgende Emotes. Super. Genau. Ah ja. Hier. Kann ich nichts machen. Muss ich das mit Weihwasser löschen? Hm. Wieder Bänder. Da ist auch eins. Ich schätze, ich muss irgendwas finden, um diese Bänder los... loszumachen. Drei habe ich, zähle ich schon. Ich schätze, wir müssen erst mal das finden, womit wir diese Bänder loskriegen. Da hinten ist auch noch eins. Da kommt die Olle und verfolgt mich. Ah, es ist verschlossen. Ich muss es aufkriegen. Ja, super. Da ist auch noch eins. Guck mal, hier ist schon der Blutfleck an der Wand. Herrlich. Da ist auch noch eins. Und hier läuft alles zusammen. Ah, Weihwasser. Sehr gut. Ähm... Können wir sonst noch was hier machen? Was soll ich hier? Eine Säge? Ein Schrank? Voller Blut, der mit einer Säge verschlossen ist? Ah. Ah, warte mal. Mit der Säge können wir da hinten auf... äh... zumachen... aufmachen. Hier wahrscheinlich. Es dauert eine Weile. Oh. Viel weg. Ich hänge. Hä? Aha. Wie unterbrechen wir das denn? Oh Gott, ey. Was für eine Scheiße wieder. Was... Was für eine Scheiße. Oh, sehr viele Emotes. Sehr cool. Ähm... So, Text hatten wir schon. Ich bin zu nah am Mikro. Ja. Nur nicht über die Fäden stolpern hier. Wo war denn die... Ach, da ganz hinten, ne? Also die Säge brauchen wir und das Weihwasser brauchen wir. Was ist denn, wenn wir zuerst das... Ach, so können wir heilige Orte machen, hä? Da kann sie uns nicht erreichen. Verstehe ich das richtig? Wo waren noch welche? Ach, das ist nicht dauerhaft. Ach, das ist nicht dauerhaft. Ach, geschützt. Noch. Was ist denn eingesperrt? Was für ein bescheuertes Geh-Prinzip. Ach, das ist dann weg. Das ist natürlich kacke. Rechts oder links. Nasıl ist ein bescheuertes Geh-Prinzip. Also wissen wir. Wie ist denn das? personally ist das die ZЛ. kinderじゃない. Wieso man das schaffen? Das ist schon wieder so ein... Hey, hier ist doch der Vorhang. Toll. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Bleib, bitte. Was ist passiert? Sie wird sauer. Aha. Weg, schneller, du Idiot. Jetzt ganz leise. Oh! Wo gibt es denn noch diese Dinger hier? Dahinten ist noch eins. Oh! Manchmal kann ich Feuer abhauen, manchmal nicht. Warum kann man die Alte nicht mit Weihwasser besprühen? Keine Ahnung. Hm. Immer mal wieder, immer mal wieder. Ja, und wir müssen natürlich wieder ganz von vorne anfangen, ne? Das macht ein Spiel doch richtig spaßig. Hey. Ich verstehe echt nicht, wie man das hier machen soll. Ich weiß nicht, wie man das hier machen soll, wie man das hier machen soll, wie man das hier machen soll. Was? Diese Funktion ist sinnlos? Was meinst du, Nighty? Rennt sie hier einfach immer im Kreis? Der Balken geht auch wieder hoch, ne? Die geht ja immer wieder hoch, der scheiß Balken. Geh doch mal nach ganz vorne in diesem Raum. Ah, da kommt sie natürlich nicht drauf. Diese Nachricht hervorheben. Ja, sieht man. Sieht man. Ich sehe es. Wie sie immer anhält, wenn ich rechts rumgehe und dann links rum geht. Ah, weg ist sie. Ah, so geht das. Die kommt ja immer wieder daher. Das funktioniert nicht mit dem Weihwasser. Wieso funktioniert das nicht? Komm hier durch. Komm hier. Verschwinde. Ich weiß auch nicht, warum die nicht weitergeht. Komm schon, sehr schnell ab. Ist das sinnfrei, aber... Ich weiß auch nicht, was ich jetzt genau... Soll ich jetzt hier noch was machen? Bringt das was? Das bringt nichts. Ich weiß nur, wo ich da rein muss. Der Balken, der sinkt immer langsamer. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffen kann hier. Ich wusste das im letzten Moment, ne? Keine Ahnung, wo es jetzt ist. Das ist doch scheiße. Na komm schon, jetzt, aber komm schon, komm schon, komm schon. Hm. Tod. Ja, das war es doch wert, oder? Ich weiß. Das ist doch geil. Ja, ja. Was soll ich sagen? Oh. Oh. Nightingale. Was? Hat gegiftet. Oh, danke schön für das Gift. Für das Geschenk. Hat pupsende Einhornliebe ein Abo geschenkt. Viel Dank, Nighty. Fünf Emotes geteilt. Hat Belohnung mit fünf weiteren im Chat gesteilt. Was? Es gibt Emotes. Es ist, es ist, äh... Alle schenken sich hier gegenseitig was. Finde ich geil. Oh. Okay. Ja, renn. Okay, ja, Parcours. Alles klar. Kann ich. Hab ich schon erwacht. Ich glaube, am Ende ist der Anruf. Aber wo muss ich zum Aufzug wahrscheinlich, ne? Ah! Oh. Oh, sie sieht den Typen, der sich umgebracht hat. War das ihr Liebling? Kann ich sie umbringen? Better get out of here. Okay, okay. Äh. Da lang. Bist ich da? Ach nein, ein Schnitzel. Ein Schnitzel. Ein Schnipsel. Warum hat die Schule Picknick-Tische? Keine Ahnung. Achso, warte mal. Hä? Hä? Sweeney kommt bei der Story nicht hinterher. Keine Sorge, ich auch nicht. Hier sind wieder Fäden. Es hat was... Die Fäden. Es hat was mit den Fäden zu tun. Janes Diary. Das gibt jetzt Ausflug. Der Dolch ist das einzige Ding, das mir helfen kann. Der Dolch, der mir von dem, ähm, Lehrlingsmönch gegeben wurde. Tim. Was? Ist vielleicht... Hat vielleicht durchdacht, dass... Ich weiß nicht, was Gullible heißt. Keine Ahnung. To get away from him. Ich muss das von ihm weghalten. Hinter dem... Hinter dem, ähm... Hinter dem Geschirrschrank. Also hinter dem Schrank. Würde es passen. Achso, sie versteckt es vor Tim. Wenn Tim nicht helfen würde, dann liegt es alles bei mir. Ich bin nicht verrückt geworden. Ich verstehe die Story auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, sie hat ein crazy Ritual von einem Mönch gemacht. Und damit ist alles losgetreten oder sowas. Muss ich hier irgendwie... Muss ich weiterrennen? Muss ich was machen? Wir folgen dem Seil. Bin mir nicht sicher, ob wir immer wieder im Kreis rennen oder so. Müssen wir das Seil irgendwo durchtrennen? Liegt da noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Wir brauchen Amulett. Oh, 9 von 11 Collectibles Jane. Ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Auspacken? Was soll ich auspacken? Ah, da ist eine Tür. Ach, guck mal. Loading. Weiter geht's. Ach, wir sind wieder zu Hause. Hinter irgendeinem Schrank hat sich doch was versteckt. Hinter dem Schrank. Oh, haha. Hier war alles eingesponnen hier. Behind the cupboard. Oh. Ein paar Messer. Können wir was nehmen? Wahrscheinlich oben, ne? Hier? Ich hab keinen Plan. Ich glaub, wir müssen hochgehen. Was? Schau, ich will Nightingale auspacken. Irgendjemand hat was von auspacken in Chat geschrieben. Keine Ahnung. Ich hab nichts auszupacken. Okay. Hier ist noch ein Schrank. Ist doch krank. Das zu. Ach, da oben. Da oben. Da oben. Wie komm ich denn da hin? Wie komm ich da hin? Ich brauch ne Leiter oder so. Brauche ich ne Leiter? Musst ich ne Leiter finden? Es ist so ein merkwürdiges Spiel. Ich kann ja auch nicht springen oder so. Da oben ist auf jeden Fall was. Ach, weil Nightingale hinter... Ah, hinter ihr ist ein Geschenk zu sehen. Ah ja. Weil sie einen Zapfer schenkt hat. Die roten Pferden erinnert mich an das trying to explain, mean. Ich komm da nicht dran. Ich hab keine Ahnung, wie ich da dran kommen soll. Ich muss was finden, um da dran zu kommen. Irgendetwas. Guck mal unten nochmal. Oh, wir sind schon nach 12. Ich wollt eigentlich nur bis 12 streamen, du. Ist wieder ein Chuck. War in ihrem Raum irgendwas? Aus die tausend Tüten? Einkaufstüten und Taschen? Ich guck mal unten. Gut. Stimmt da was? Jesus, Klo ist hier zu. Oh. Oh. Tim. It's me again. Since your wife's disappearance, you... You seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're... We're... We're friends, aren't we? If you need to talk to someone, I'm here, right? Please call me back. I'm worried. Soll ich ihn zurückrufen? Tim. Hm. It's me again. Da ist so ein Hocker. Since your wife's disappearance, you... You seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're... We're friends, aren't we? In der Küche steht, was du brauchst. Danke. Hier war's doch... Nee, hier war's nicht. Hier war's. Selber gefunden. Aber danke für den Tipp. So. Ich dachte, das ist diese Holzschachtel. Oh. Das ist anders. Weil ich damit jetzt einen bösen Geist habe, ist es wie in mir braunen Hände jetzt, ne? So wie es aussieht. So ein bisschen wie Project Nightmares jetzt. Nicht, dass das noch zum Shooter wird. Können wir Licht bitte anmachen? Da ist zu. Da war so eine Gasse rechts. Gehen wir mal da rein. Jetzt bist du wieder in einer anderen Welt. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal hier weiter. Was war da? Blöd. Hallo. Das haben sie jetzt wieder recht gut gemacht hier. Oh, die Fällen. Können wir die durchhauen? Ich kann ehrlich gesagt nichts machen hier mit dem... Was hat da an? Da ist zumindest Licht. Und eine Treppe. Und eine Tür. Zwei Türen. Oh, nicht durch. Toll. Hm. Also doch weiter in die Dunkelheit. Aber hier sieht sie aus wie so eine kleine Geburtstagskerze, weißt du? Wie da auf so einem Yes-30-Hass. Oh, da stand sie. Aber wer ist sie? Da war doch schon ein Bild von, oder? Das ist ziemlich cool gemacht jetzt. Ich glaube, Home Street Home 2 soll richtig kacke sein. Hm. Die hat diese Fäden. Aber da können wir auch nichts machen an ihr. Cool. Wir sehen nur unsere Hände. Wir sehen nicht unser Gesicht. Das ist... Oh, das ist mega creepy. Was ist noch da? Hier im Spiegel. Das ist ziemlich gruselig. Jetzt hier so ein Mannequin. Okay. Oh. Warum komme ich da nicht weiter? Was für Wege gab es denn noch? Ich habe es an der Tür. Ah ja. Das ist ziemlich gemein. Das ist jetzt wieder der Anfang. Das ist jetzt im Kreis gelaufen. Vor allem sie sich über Lichtschalter. Die du nicht drücken kannst, weißt du? Jetzt kommt sie da nicht durch. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh! Juch Nighty hat noch einen Sub geschenkt Vielen Dank Und fünf weitere Emotes Danke Nighty Wo muss ich jetzt lang Okay, ich komme daher Das ist gebläse hier Die Musik ist aber sehr beruhigend Oh Kann ich da jetzt hin Ich habe das Gefühl Ich renne hier im Kreis Ich kann weder da noch da hin Wie lange es wohl noch geht Also allgemein Oh Oh Oh, hallo Hä? Oh, oh Oh Okay Sie verwandelt sich Oh Gott, Gott, Gott Boah, das Ende ist mega stark Das ist mega stark Hallo Hallo Äh Das ist danke, ne? Okay Ich bin gefangen Ich kann nichts tun Ich kann nichts tun Ich kann nichts tun Ich kann nichts tun Leave me alone Stay away from me And it comes to me I'll stop you Ich meine nicht so hysterisch I said You can't wait from me Ich kann nichts tun 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 Was ist das für ein Ende? To be continued in Episode 2 Ihre Stimme ist mir zu quietschig Das ist doch ein gutes Voice-Acting Geilo, hey, wir haben es geschafft Wir haben Episode 1 fertig gekriegt Jetzt noch Episode 2, oh Gott, nein Bitte, bitte, nein So, okay, na Nachdem wir das jetzt endlich hinter uns gebracht haben Ich werde es auch noch demnächst schneiden Und auf den Channel hochladen Auf jeden Fall, was für ein Cliffhanger Ja, wir wollten jetzt wissen, was mit der Ollen ist Aber ich wollte es zuspielen Und ja Halb 1 Bemidu